Meine Damen und Herren, ich kann es nicht glauben, dass das heute passiert. Es ist eine sehr merkwürdige Woche gewesen. Eine sehr merkwürdige Woche, die aber in einem unfassbaren Highlight jetzt enden wird. Der Besprechung zu einem Film, der einen merkwürdigen Titel hat, der generell merkwürdig ist. Und für merkwürdige Dinge, da braucht man Experten. Die Polizei holt SWAT, wenn sie nicht weiter wissen. Und ich, wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich eine Podcast-Legende. Meine Damen und Herren, hier bei mir im Podcast, Heinrich Backmann. Der Pussypuncher ist wieder da. Dominik, ich freue mich. Ach, ist das geil. Ich sehe gerade... Er heißt übrigens Tom Burgers. Tom Burgers heißt er. Ja, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten. Ich sehe schwer. Das Mikrofon schlägt schon wieder aus. Und es soll in der Nachbearbeitung alles halbwegs funktionieren. Als ob ich Nachbearbeitung mache. Aber von daher bleibe ich immer ein bisschen ruhiger und probiere mal nicht ganz so laut zu sein. Ich freue mich. Ach, Dominik. Das ist immer so schön, wenn du sagst, du willst hier einen Podcast aufnehmen. Und ich sage dann, Dominik, dann hau mir mal deine Liste von Filmen. Mach mal einfach Vorschläge. Und du machst deinen ersten Vorschlag. Und das heißt sofort, zack, nehmen wir. Den nehmen wir. Brauchen wir ja nicht weiter diskutieren. Halte Backen. Du kannst den Rest deiner Filme behalten. Und wir machen den. Und dann kommst du mit, ey, fucking Driven. Ja, natürlich. Denn Driven ist ein Werk, das ist einfach nur interessant. Das kann man ja nicht von der Hand werfen. Ich könnte, man könnte problemlos sagen, hey, wir wollen mal Matrix besprechen. Matrix, machst du nichts falsch. Matrix, Meisterwerk. Du kannst tiefe Layer, du kannst da tief hineingehen. Oder Heat. Wir könnten mal Michael Manns Heat besprechen. Aber da habe ich so viel Angst davor, weil ich den Film so mag. Will ich eigentlich. Ich hätte auch einfach keinen Bock. Ja, der ist einfach perfekt. Ich kann nicht. Aber Driven, der ist auch perfekt auf seine ganz eigene Art und Weise. Wir suchen halt uns immer so die goldene Nugget-Scheiße raus. Wo wir sagen können, ey, wir müssen Rambo 3. Hatten wir ja auch für meinen Podcast aufgenommen. Oder für Markus und meinen Podcast. Und der war schon fast zu gut. Also, der war schon fast. Ah, da steckt ja schon ein richtig guter Film dahinter. Der war fast so gut. Du hast sogar gegessen in der ersten halben Stunde des Films. Das hat überhaupt nicht gestört, Tom übrigens. Ich mache tatsächlich ganz oft, weil mir aufgefallen ist, dass ich, wenn ich Podcasts höre und da auch nebenbei so essen und ich höre das. Ich bin ja jemand, den das überhaupt nicht stört und ich das sogar noch irgendwie cool finde, wo andere Leute, die kriegen ja eine Krise, wenn sie Leute Essen hören. Wenn sie das Schmatzen hören oder sonst irgendwas. Ich finde das völlig angenehm. Also bestell dir bitte jetzt keine Pizza. Wir wollen das nicht hier. Schmerzgeräusche. Ich habe kein Problem mit deinen Zungenschnalzern. Die lasse ich nämlich auch drin. Die begrüße ich an den Markus. Ja, aber geht ja nicht du, wenn ich deinen glanzenden Forehead da sehe. Deine störende Musik halt manchmal. Gibt es da nicht bei Harry Potter irgend so einen Typ? So weit bin ich noch nicht bei Harry Potter. Ich bin es noch wüsstend. Das ist so geil. Harry Potter ist auch so ein Franchise. Ich weiß, ich habe die alle schon so oft gesehen, aber immer mit so einem Grunddesinteresse, dass, ey, mir könntest du erzählen, irgendeinen Charakter aus dem zweiten Teil, fünfweise in keine Ahnung, was, fucking Harry Potter. Einzige, was da interessiert, ist Emma Watson, sind wir ehrlich. Aber in den letzten Filmen, oder? In den Filmen gar nicht mehr. Danach, Emma Watson. Ach, danach. Okay, sehr gut, sehr gut. Sie hatte ja danach, weiß ich nicht, war so 2021, 2022, vielleicht auch 23. Jahr hat sie ja mal so eine Kurzhaarphase gehabt. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, diese Emma Watson ist ja auf einmal da. Hallo. Ja, schade, schade hat es nicht bei Driven mitgespielt. Das ist doch. Ach, da bekomme ich auch meine Kurz nach. Da müssen wir ja später kommen, weil wir hatten ja heute schon einen angeregten Chat gehabt, wo komischerweise, das kenne ich ja ja nicht von meiner Person, sind wir mal ganz ehrlich, wo nach zwei Minuten es schon nur noch um die Frauen ging. Und das war so schön. Und da hast du eine Wortwahl gegeben, die, ich weiß nicht, das liegt an dir, ob du die hier wiederholen willst. Ich würde es eher lassen. Ich werde es wiederholen, wenn es soweit ist, okay? Ey, das ist dein Ding. Ich werde es wiederholen, wenn es soweit ist. Ich stehe auch dazu, dass wir müssen über die Qualität von Fleisch einfach manchmal reden. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Haben die nicht mal in Findus-Produkten Pferdefleisch gefunden? War da nicht mal was? Ich bin nicht mehr sicher. Sorry. Tut mir leid. Es geht zu weit. Und das Problem daran ist ja, was ist denn so schlimm an Pferdefleisch? Es waren Fischprodukte, glaube ich. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, die Leute, wenn sie Chicken Nuggets kaufen, dass da Hühnchen drin ist. Ja, logisch, oder? Ist da irgendwie ein goldener Drache drin oder so? Natürlich sind da Hühnchen drin. Ich weiß auch, jedes Kind. Also, sagen wir mal so, sehr selten ist da richtiges Hühnerfleisch. Egal. Menschen sind gefüllt mit Marshmallows. Da sind keine Organe drin. Und in Chicken McNuggets, da sind einfach Hühnchen drin. Lasst uns ihm glauben. Da ist ganz sicher kein chinesisches Hundefleisch drin. Also, zu übersprechen. Driven, meine Freunde. Einfach driven, wenn wir wieder ab... Ey, bei dem Film müssen wir aufpassen, wenn wir abdriften. Ey, das war immer so ein Tokio-Drift irgendwie in eine Richtung machen, die da ja nicht hingehört. Also, driven. Was ist eigentlich driven, Tom? Was ist driven? Da heißt auf Deutsch eigentlich Gefahren. Das ist der Film. Darum geht es eigentlich. Gefahren, der Film. Da wird Gefahren. Da soll ich vorlesen mal, worum es geht? Bitte, mach mal so Bulletin Fist-Teil. Release mal vor. Ja, ist immer das Beste, weil sonst würde man 3000 Jahre über die Story erzählen. Die ist so tief. Die Story ist so tief. Das ist unglaublich. Ja, ey, zwei Stunden, um diese Epik zu erzählen. Tempo, Siege und Unsterblichkeit. In diesem packenden Race-Movie von Action-Spezialist Randy Allen geht es vor allem um eins. Niemals Zweiter sein. Auch nicht bei den Frauen. Nachwuchs-Rennfahrer Jimmy Bly hat gute Chancen auf die Meisterschaft und steht angesichts der hohen Erwartungen, die man an ihn hat, extrem unter Druck. Teamchef Karl Henry bittet den ehemaligen Starfahrer Joe Tanto um Hilfe. Er soll Jimmy endgültig zum Sieg verhelfen. Die Lage verschärft sich, als der ausgerechnet eine Affäre mit der Ex-Verlobten seines Erzfeindes, des Spitzenfahrers Bo Brandenburg, beginnt. Zwei Gegner zwischen Sieg und Niederlage, Gewissensbissen und Geschwindigkeit. Wer wird am Ende die Nase vorn haben? Sylvester Stallone und Till Schweiger auf der Suche nach dem absoluten Adrenalinkick. Ich kann nur sagen, dass allein schon die Namensgeber, Joe Tanto ist okay, das ist okay, aber Bo Brandenburg, das ist, was willst du mehr? Das ist ja der Heinrich Backmann von Driven. Ey, es ist der Heinrich Backmann von Driven. Unfassbar. Aber damit hört es ja nicht auf. Ich kann mich noch daran erinnern, wir können ja mal probieren, irgendwie chronologisch, aber wir werden wieder Hopping machen, das geht ja nicht anders. Ich weiß noch, ich weiß noch damals, ey, von wann ist der Rotz? 2001? 2001, da kam in den USA April 01 in die Kinos, in Deutschland war es November 01 und in der Schweiz würde ich fast sagen, da kam nie in den Kinos, denn ich hätte ihn verpasst. Okay. Das war in meiner Kino-Prime, ich hätte ihn nie verpasst, aber ich habe den damals, ich weiß noch genau, Mediamarkt, Pratteln, plötzlich lag er da und ich nahm ihn mit. So war es damals. Ja, und ich weiß ja nicht, Rennie Harland ist ja ein Regisseur, der mich viel begleitet, jemanden, den ich immer noch gucke und ich mich seit 20 Jahren frage, warum eigentlich? Wegen Cliffhanger. Wegen, unter anderem, nee, Rennie Harland ist bei mir Tödliche Weihnachten, da geht ja nichts. Und, aber das Ding ist, hat er den For the, wie heißt der, Covenant gemacht oder Convent oder wie hieß dieser männliche Hexen-Twilight-Soßen-Teenager-Dreck? Ah, der Covenant, ah, ja, natürlich. Der Covenant, den habe ich auch hier den Weg um mal wieder gucken. Der kam danach 2-3 oder so, ne? Ja, der kam später. Welchen hat er direkt davor gemacht? War sein letzter 98? Ah, nee, Die Blue Sea kam direkt davor. Die Blue Sea war ja noch ein ordentlicher, das war doch noch ein ordentlicher Hit für ihn auch, oder? Auch ein Franchise, was ich mag. Die Blue Sea 2-3 habe ich auch was für übrig. Kann man die schauen, ich habe die noch nie gesehen. Der zweite Teil ist wirklich nur für richtige Videotheken-Fans, da ist schon viel Kacke bei. Aber nicht Asylum-Kacke, sondern auf B-Movie-Kacke. Ein bisschen Kacke, leichte Kacke, ja, okay. Und der dritte, der haut die Qualität minimal nach oben und bietet halt eine Action-Sequenz und eine Martial-Arts-Szene, die wirklich geil ist, was man in so einem Film halt überhaupt nicht erwartet. Ja, es geht um Haie, dann Martial-Arts-Sequenz, das ist faszinierend. Guck dir die Blue Sea 1 an, da habe ich die Martial-Arts auch schon fast erwartet. Aber Rennie Harland ist halt jemand, ey Jans, ey, du hast ihn schon erwähnt. Cliffhanger, der hat damals mit Prison angefangen, der hat einen Nightmare on Elm Street-Teil gemacht, der vierte, wenn mich nicht alle täuscht. Und, ähm, also der hat halt das Stück Langsam 2, steht heute noch auf dem Cover. Ey, Cliffhanger, ich finde das Stück Langsam 2 scheiße. Äh, äh, Drohbriefe dafür an mich. Ja, an ihn, nicht an mich, nicht an ihn, an Heinrich Hackmann. Ja, Markus. Und, ähm, und dann die tödliche Weihnachten, ey, mega geil. Und dann auf einmal, ich finde, das ist auch ein Regisseur, der kam mit der digitalen Entwicklung halt überhaupt nicht klar. Das ist ein Handwerker, der muss sehen, was er macht. Mhm. Und der kommt mit CGI, ich meine, hast du seinen letzten gesehen, Misfits mit Pierce Brosnan. Ey, hab ich nicht gesehen. Was eine Soße. Nicht gesehen. Und das ist ja das Ding, weswegen ich ihn auch immer noch gucke. Entweder nimmt er sich eine Prämisse, die wahnsinnig interessant ist, ob der jetzt nochmal Hercules verfilmt, hier mit Scott Adkins. He, 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 he. Äh, oder hier, äh, den, den, den Devil's Pass, diese, diese Sage um den Devil's Pass. Ähm, auch interessant, sich denn damit auseinanderzählen. Oder er hat in seinen Filmen extrem krasse Schauspieler, wo man denkt, wo hat der die auf einmal her? In seinen letzten Misfits spielt immer noch Pierce Brosnan mit. Davor Skip Trace, war immer noch A-Jeky Chan und Johnny Knoxville, ja genau. So eine Sache. Und ich glaube, deswegen schafft er das immer. Markus, äh, mein Podcast-Kollege, schön Gruß an der Stelle, der mag ihn ja immer noch. Der hat ein Herz für Ideen übrig, wo ich mich immer frage, wo kommt das her? Und, äh, ich wette, er würde wieder kommen mit irgendwie so einer spürbaren Handwerklichkeit, die man, die man, äh, bei vielen anderen nicht mehr spürt, wo ich sage, du spürst doch schon lange nichts mehr, Markus. Aber, aber der gute Rennie Harlin hat auch einer, er ist verantwortlich für einen der Sargnägel in, äh, den Sargnägel in Karolko-Pictures. Ja. Cups World Highland. Piraten Braut. Die Piraten Braut an dieser Stelle, ja. Oh, mit der, oh, Gina Davis, ne, was bin ich in diese Frau verliebt gewesen? Wie in jede andere Frau, die je in einem Film vorgekommen ist. Ja, natürlich. Ich habe so meine Top 200 und da ist sie. Ja, aber zeig mal, ich finde das, äh, ich finde das weibliche Schlecht sehr, sehr anziehend und Sexualität sehr interessant, deswegen, ja, man kriegt man mich mit sowas. Die ist einfach, ich glaube, die sind alle wunderttolle Frauen, ich will die auch alle nie kennenlernen, weil ich mir nicht versauen will, dass die, äh, nicht toll sind. Ja, keine Angst, die würden dich auch nicht kennenlernen wollen mit dem T-Shirt, das du gerade trägst. Das ist alles okay, Tom, ist alles okay. Er trägt ein pinkes T-Shirt mit einer merkwürdigen Karikatur, über die ich nicht reden will. Ich will nicht drüber sprechen. Nur, weil das weibliche primäre Schlechtsorgan mit Zähnen und einer Zunge versehen ist und die Brüste auf dem Rücken hängen? Ja, also ich finde das Ganze sehr verwirrend. Ja, soll es doch sein, finde ich gut. Sehr gut, sehr gut. Renny Harlen, meine Damen und Herren. Renny Harlen, ähm, ist ein Finne, ne? Ja, ist er, ja. Ähm, netter Typ, glaube ich, immer wenn ich den so sehe, wenn ich den sprechen, hören, Interviews und so, wenn ich den wahnsinnig, äh, auch sehr informativ, er ist immer, ich glaube, er ist ein sehr bodenständiger Mensch, der wirkt sehr bodenständig. Ja, total, total. Und deswegen will ich dem auch immer nie was Böses. Die haben tatsächlich Regisseure, wo ich immer sage, Mann, hör auf mit deinem Arzi-Farzi, ihr Laber steckt, nimm dir einen Stock aus dem Arsch und hör mal auf, so eine Schnulze zu labern hier. Wie der von Driven hier, wie heißt er? Wie heißt der Farbenblinde? Nicholas, hier, Winding Raven. Ah, Drive, Drive. Drive, mein ich ja, der kann nur Driven gemacht haben. Aber, ähm, ne, manche Filme von ihm fingen cool, ich danke ihm bis heute für Nier & Demon, aber, ähm, wenn ich den reden höre, dann krieg ich ne Krise, krieg ich da. Aber deswegen, Randy Harlen, cooler Typ, scheinbar. Ja, scheinbar. Und du hast dich gefreut, du hast dich gefreut. Ich hab mich oft gefreut. Ich hab mich ziemlich gefreut. Bei Driven, also ich hab ihn auch erst in der Videothek irgendwann gesehen, und hab mir da schon gedacht, was ist denn das? Und damals gab's noch nicht die guten, äh, äh, Formel 1 oder Rennfahrerfilme. Du hattest einen Tage des Donners, der ein guter Film ist, aber noch nicht einen sehr guten, von dem wir heutzutage Minimum zwei haben, die das Kino veredelt haben. Wir haben ja Fast and the Furious gehabt schon, oder? Also genau das Gleiche. Ist genau dasselbe. Laut gewissen Reviews, die wir gelesen haben, ist das ziemlich das Gleiche eigentlich. Ja, und der ist sogar besser als Fast and Furious. Besser als Fast and Furious. Er drivet, ich mein, er drivet ja auf einer richtigen Rennstrecke, um Münzenhof zu sammeln mit seinem, mit seinem, äh, Rad. Was ich vorher immer Quatsch fand, und ich hab rausgefunden, hat wirklich einen Quatsch gemeint. Hat wirklich einer gemacht, ich hab's auch gelesen. Ich konnte's nicht glauben. Das ist eine Geschichte, die der gute Silvester Stallone lange mit sich rumgetragen hat. Und ich kann mich erinnern, damals... Aber dass er nicht losgeworden ist, die Scheiße. Nee, er wollte's wirklich machen. Der wollte's wirklich durchziehen, glaube ich. Ich kann mich erinnern, damals, so in den 90ern, meine, da hatte ich Internet noch nicht so wie jetzt. Bei meinem besten Freund mal online gehen, in der Schule mal online gehen. Und ich meine, in der Cinema, in dem ich gelesen habe, oder im Movistar-Magazin, oder sonst wo, Silvester Stallone arbeitet in einem Formel-1-Film. Das war auch in den Zeitungen zu lesen, der Arbeit an einem Formel-1-Film, und der wird irgendwann kommen. Ja, und plötzlich war Driven, in den Regalen zu finden. Von heute auf morgen. Das war halt noch nicht der Informationsfluss für jetzt. Da gab's noch kein Twitter, kein Facebook, kein Instagram, nix. Und plötzlich war Driven da. Und ich so, ah, der Formel-1-Film ist da. Ja, ja, nee. Alles stand ja auch auf grün, ne? Hahaha. Von wegen, er hat produziert, er hatte Drehbuch geschrieben. Ist schon mal nicht das Schlechteste. Ich finde, er ist ein Drehbuchschreiber, der auf jeden Fall im oberen Mittelmaß mit Ausschlägen nach oben und unten zu finden ist. Was schon mal eine gute Voraussetzung ist. Die meisten Drehbuchleute, wenn man die so ein bisschen verfolgt, da gibt's gerade in Hollywood-Filmen, was ins Kino geschleppt mit Leuten. Die meisten finde ich halt scheiße und machen keine gute Arbeit. Genau. Und er ist schon okay, von daher, da alles gut. So, er hat mitproduziert, er hat da. So, denn Hauptrolle, Hauptrolle, nehmen wir erstmal ein Anführungszeichen. Er hat mit Rennie Harle niemanden, mit dem er schon bei Cliffhanger zusammengearbeitet hat. Vertrauensbasis. Da ist eine Vertrauensbasis, was bei Stallone auch immer so ein Ding ist. Weil er ist nicht der einfachste Mensch, weil er gerne viel selber in die Hand nimmt, Leuten diktiert, was sie zu tun haben. Scheinbar, Zusammenarbeit mit Rennie Harle funktioniert sehr gut. Wobei Rennie Harle immer noch eine eigene Handschrift hat und nicht die Hand von Stallone im Arsch hat. Mhm. Also alles gut. Und er sagte vorher noch, das wird wie Rocky auf Nürburgring. So hat das, aber so wurde es wirklich gesagt damals. Das wurde umzuhalten. Ja, ich sehe auch, die Verbindungen sehe ich ja auch schon. Wo er an seinem Drehbuch, an den Plotpoints, woran er das festmacht. Ich meine, bei der Aussage, vielleicht war der Film noch nicht entstanden, als er die Aussage getätigt hat. Deswegen will ich ihn da mal probieren, in Schutz zu nehmen. Aber ich sage mal, ab dem Moment, er kann es mir sagen, was du willst, schon der Vorproduktion ist an dem Ding. Also da waren Rohrkrepierer, da waren die Rohre mächtig verstopft, da haben die Bremssteine nicht funktioniert. Nimm eine Alliteration, die dir fällt. Ähm, das ist hinten und vorne, deswegen besprechen wir den hier. Also wir erzählen mit einem Lächeln über einen mehr als kaputten Film von vorne nach hinten. Und der ist auch so kaputt, dass der gute Sylvester Stallone, der mag, der hat wohl ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Film. Der mag ihn nicht. Auf seinem Instagram-Profil war vor einigen Jahren, der hat ja, Stallone ist auf Instagram richtig aktiv. Der ist auch der oberpeinliche Vater, der es immer wieder schafft, peinlich seinen Töchtern darzustellen. Ich liebe es. Und da kam der einen Moment vor drei, vier, fünf Jahren, da war seine Tochter, wollte gerade nach Beverly Hills fahren. Sie waren in ihrer Villa, vor dem Auto. Und der so, hey, meine Tochter, wo gehst du hin? Ich gehe nach, gehe in die Stadt einkaufen. Soll ich nicht fahren? Ich bin ein guter Fahrer, I'm a good driver, you know? I did a movie called Driven. Und seine Tochter einfach, Dad, no one has seen that. Grossartig. Ich habe das so gefeiert. Und es ist vielleicht... Stallone kam auch im 2001, er war in einer verdammt schwierigen Phase der Findung seiner Karriere. Der gute Heinrich, Tom, Burgers, Backmann und ich haben bereits Koblen besprochen. Ein Riesenwerk. Ein unfassbar riesiges Werk. Zu hören bei... War das bei Pulled and Fist? Ne, es war bei Fratzengeballer. Das war Fratzengeballer. Jedenfalls. Ihr werdet ihn auf diesem Kanal der Reinst auch noch hören. Sonst bitte beim Nachtprogramm von Sergej reinhören. Da findet ihr... Ich werde es verlinken in die Shownotes. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und vor allem haben wir Koblen richtig gewürdigt. Dann hat er ein Jahr zuvor im 2000... Da lasse ich meine Ironie auch stecken bei dem Ding. Ja, da haben wir wirklich... Da haben wir einfach gefeiert. Ehrfürchtig. Ehrfürchtig, ja, genau. Ehrfürchtig, über diesen Film gesprochen. Und ein Jahr zuvor hat Stallone im 2000... Get Carter auf die Welt rausgelassen. Ein Film, der mir sehr wichtig ist. Ich finde den toll. Tom nickt gerade anerkennend. Das ist ein guter Film. Ich habe mittlerweile ein leicht zwiespältiges Verhältnis zu diesem Film. Denn ich habe den, als er rauskam, fand ich den großartig. Wirklich großartig. Ich hatte von Sekunde eins so einen großen Beschützer in sync gegenüber von Rachel Lee Cook. Und ich finde seine Rolle toll. Ich finde Mickey Rourke als Antagonisten cool. Alan Cummings finde ich geil. Aber jetzt habe ich mir ja den Originalen mit Michael Caine, der ist hier noch in Deutschland, der wird sehr stiefmütterlich behandelt. Gibt es, glaube ich, hier immer nur noch auf VHS, wenn überhaupt. Und wenn du den aus England importierst, musst du auch aufpassen, welche Version, obwohl sie dieselbe Bestellnummer hat. In einer wurde Michael Caine gedubbt, weil sie seinen britischen Dialekt einfach, weil er so einen Cockney-Dialekt hat, nicht verstehst. Und der eine ist das Original, seine Stimme. Ich wollte natürlich mit der Originalen haben. Ich habe zum Glück die Version abgegriffen bekommen. Ist dann einfach 50-50, welche Version du bekommst. Und alles, was ich an dem Remake toll finde, von bestimmten Motivationen, über bestimmte Szenenabläufe, über den Soundtrack und über Sprüche, die ich geil finde. Alles, was geil ist an dem Remake, ist alles im Original enthalten. Daher weiß ich nicht ganz, wie toll ich noch das Remake finde. Weil alles, was da geändert wurde, besonders das Ende, finde ich wiederum nicht so toll, wenn du das Original gesehen hast. Ja, aber ohne den Vergleich zu machen, ich mochte den Film einfach immer, weil ich den mit 17, 18 gesehen habe. Der ist halt einfach knallhart, der hat irgendwie einen coolen Stil, der schwer zu beschreiben ist. Der Score ist mega. Der Score ist mega, da ist ja auch Moby noch mit dabei, der war super, Ingrad, der war ja einfach geiles Brett von einem Film, für mich zumindest. Für den Tom war es mal, für andere ist es vielleicht nicht. Keine Ahnung, aber es ist ein Schreckgespenst, was soll das? Erschreck ich sie. Ey, mega. Ja, es ist einfach ein geiler Film, aber für Stallone war es ein Flop. Und er hätte eigentlich ganz, ganz dringend einen richtigen Success benötigt. Wir haben auch im Wissen, dass ein Film wie Detox, der vielleicht gleichzeitig oder gerade danach gedreht worden ist, der lag jahrelang auf Halt. Stallone brauchte dringend einen Erfolg. Und dann kam Driven. Und Driven hat ja immerhin weltweit 54 Millionen US-Dollar eingespielt. Bei einem Budget von 94 Millionen US-Dollar. Das heißt, ich habe es mir sogar noch schlimmer vorgestellt. Ich dachte, der hat so 10 eingespielt, aber es waren dringend 54. Das heißt, die Leute haben das Ding gesehen. Immerhin, die gingen ins Kino. Aber was haben die gedacht, dass sie rausgekommen sind? Das interessiert mich. Da würde ich zu gerne, hätte ich da mal Reaktionen gesehen, ihr habt. Ich weiß es doch selber nicht. Ich weiß auch, dass Driven komplett unter Young ist. Kein Schwein. Sonst, wir waren ja alle schon, seit wir Filme mit der Muttermilch aufgesogen haben, haben wir irgendwie Leute um uns rum, die sich auch für Filme interessieren. Und man liest Dinge, was auch immer. Und da kam gar nichts. Ich habe in meinem Freundeskreis, die schauen alle irgendwie Filme nicht so tief wie wir, so psycho, drüber sprechen, schreiben und so Scheiße. Die schauen alle Filme. Ich habe noch nie mit einem Freund, einem normalen Freund über Driven gesprochen. Nicht mal erwähnt. Nie. Ja, aber auch wohl zu Recht. Ich weiß, dass ich mir den dann irgendwann zugelegt hatte und wollte den dann nochmal gucken. Ich hatte den schon wieder verhessen. Ich hatte irgendeine Erstsichtung mal gehabt. Da habe ich gedacht, oh Mensch, hier ist Stallone und so und weiß ich nicht was. Und dann fängst du ja auch an, damals DVD-Zeiten willst du eine Sammlung aufhaben mit allen Stallone-Filmen und so. Manche Schauspieler brauchst einfach alle Filme. Das ist Tatsache. Und da habe ich mir Driven damals nochmal angeguckt. Und ich dachte so, nee. Einfach nee. Da kann ich mir nichts schöner. Ich bin ja gerne jemand, der sich Sachen schönreden kann, weil ich immer auf der Sonnenseite des Lebens stehe und Sachen eher positiv sehen will. Aber das Ding, das ist ein Kolbenfresser. Wo soll man da überhaupt nur anfangen? Ich meine, ich weiß aber noch die Werbetrommel. Ich weiß noch die Werbetrommel, wie die ablief hier in der Cinema und weiß ich nicht was alles. Weil der spielte ja. Die haben ja sogar einmal in Berlin den Kudamm gezeigt, wo ich mich gefragt habe, warum zeigen die dafür ein paar Schnittmengen den Kudamm. Wollen sie zeigen, wir sind jetzt hier in Deutschland, weil in Berlin, die erwähnen nie, dass es Berlin ist, wo die sind. Ich wüsste auch nicht, wo sie hier irgendwie eine Rennstrecke haben. Aber die zeigen einfach mal kurz Berlin den Kudamm. Kann man ja mal machen. Die Schnittbilder in dem Film sind sowieso der Hammer. Also was die manchmal einfach so zeigen, so als wenn sie so eine Art von Live-Event imitieren wollen, mal kurz für zwei oder eine Minute, während der ganze Film aber keinen bisschen dokumentarischen Touch hat. Das heißt, das geht überhaupt nicht Hand in Hand. Das ist so ambivalent, die Inszenierung. Und dann siehst du halt mal irgendwelche japanischen Mädchen auf einmal, dann zeigen sie einen Schnitt auf den Jeans-Arsch. Dann siehst du da irgendwie ein Kind, was ein Lolli ist. Und dann zeigen sie ein Schnittbild von Berlin. Und du fragst dich, Alter, was machen die hier, wenn sie sagen, sie sind in Deutschland. Dann zeigen sie doch einfach kurz einen Helikoptershot oder so von der Rennstrecke und gut ist. Aber wir hatten natürliche Mord, hatten wir Verona Feldbusch und Jasmin Blümchen-Wagner. Die unseren Highsporn, unseren Star, uns Schweiger, noch als Star promoten können, mitschleifen können. Nebendarsteller in einem großen Hollywood-Film. Also, das war ja fast ein deutscher Film. Sind wir mal ehrlich. Ganz ehrlich, so fühlt er sich auch an, so Unikon. RTL-Produktion. Aber der Film hat ja... Gar nicht mal schlecht. Es wirkt so. Wie ein TV-Event auf RTL. Ich mag deutsche Filme. Mich jetzt nicht falsch verstehen. Sehr viele Filme, die aber in einem großen Teich mitschwimmen wollen, auf einmal packen es aber nicht, weil sie den Vergleich standhalten müssen. Und das schaffen sie nicht. Es gibt aber sehr viele geile deutsche Filme. Aber das ist schon so, von der Optik her alleine schon denke ich, das ist so irgendwie Autobahnpolizei. Wie heißt die Cobra 11? Miet irgendwie, keine Ahnung, halt irgend so ein... Keine Ahnung. Es ist so, als hätte Schweiger den gedreht. Es ist ein Till Schweiger-Film. Wirklich ein Schweiger-Film. Am Anfang, wo Stallone in seiner Scheune steht, wo alles wieder aussieht wie eine Kaffeewerbung, das ist Schweiger. Schweiger im Szenierungsstil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das Publikum hat den Film gutiert mit Bewertungen auf 1 dB 4,6 von 10. Auf der Moviepilot 3,8 von 10. Das heißt, ist nicht gerade der beste Film der Welt, wie man auch aus dem Blickfeld des Publikums sehen kann, des erweiterten Publikums. Und ich will von Tom noch nicht wissen, wie er ihn bewertet hat. Aber wollen wir mal ein bisschen durch die Story gehen zusammen? Denn es ist einfach so schön. Ich würde, weil ich sehe schon, wenn wir durch die Story gehen, dann werden auf jeden Fall mehr negative Sachen als positive fallen. Auch wenn wir probieren, jetzt so ein bisschen verspielt zu umkleiden. Ich möchte bloß zum einen, weil ich weiß, wir werden auch über Till Schweiger viel reden. Da habe ich auch wieder so ein Ding, wo ich sage, zum einen, ich weiß nicht, ob es klug ist, dass er sich selber synchronisiert. Dann versteht man ihn auch leider sehr schwer. Er hat ein Hölzer in das Schauspiel, er passt da einfach nicht rein. Andererseits muss ich wieder Respekt vor Herrn Schweiger haben, dass der schafft, sich in so einen Film zu schmuggeln. Wie er es auch immer gemacht hat, muss ich sagen einfach, dafür habe ich Respekt. Und dass Stallone, wenn du diesen Film guckst und Leute, die sich da auskennen, jede Figur, die da irgendwie vorkommt, jeder Handlungsstrang, der da irgendwie vorkommt, der ist so in irgendwelchen Rennzirkeln schon mal wirklich abjagen. Dieses, was um die Frau geht. Das war ja wirklich so ein Ding zwischen Schumacher, seiner späteren Frau oder früheren Frau und einem anderen Typen. Das ist da ähnlich abgelaufen. Burt Reynolds, der da im Rollstuhl sitzt, soll eine Figur sein. Die Anzüge, die die annahmen, die sind inspiriert von echten, was wirklich einmal. Bestimmte Aktionen, die im Film gemacht werden, basieren auf Ereignissen, die es wirklich mal gab. Also er hat probiert, realistische Sachen zu nehmen, da reinzupoppen. Genau. Er schafft es nur trotzdem, dass der Zwei-Stunden-Film über Formel 1 so wirkt wie ein Prequel zu Fucking Transformers, ohne dass du irgendwelche Mega-Special-Effekts da siehst. Einfach diesen Level der Quatschigkeit, weil er es einfach null schafft, da irgendwie einen Realitätsanspruch reinzubringen, obwohl er diesen eindeutig gehabt hat. Und da können wir gerne reinspringen. Und dazu kommt noch ein merkwürdiger Hochglanz-Effekt. Boah, wer... Dass jeder Shot sich anfühlt, als wäre das eine Werbung aus einem Hochglanz-Flugzeug-Business-Class-Magazin. Ja. Ja. Da ist null Dreck. Null Dreck, das ist alles super clean. Bei Autorennen stelle ich mir vor, Menschen, die ölige Finger haben, Mechaniker, da sind Ölflecken am Boden, da ist auch mal der Fahrrad nicht perfekt geschniegelt, da ist mal irgendwas dreckig verschwitzt. Ja, über Schweiß werden wir noch sprechen. Wir werden noch über Schweiß sprechen in dieser Episode. Was spreche ich dir, Tom? Nein, bitte drum. Aber wenn der Film anfängt, ich habe das auch völlig ausgeblendet, der Film fängt ja an mit dieser merkwürdigen Zusammenfassung. Previously in this season of Indica. Was ist alles passiert? In zwei Minuten erzählt dir quasi eine Rückblende, was ist in den vergangenen, keine Ahnung, zehn Rennen so passiert? So ein ultra merkwürdiger Einstieg. Ja, weil es auch dich interessiert. Null. Und wenn ich dann denke, wie das Tage des Donners gemacht hat, das ist wohl auch mitten in der Saison gewesen, bin ich nicht mehr ganz sicher, weiß es nicht mehr, ist egal. Aber du kannst doch den Film auch mal ruhig beginnen und versuchen mal vielleicht, keine Ahnung, zeig mal die Hauptfigur, wer immer das jetzt gerade ist, den Kid Pardieu, den Till Schweiger oder den Stallone, wo der gerade im Leben steht. Fang doch langsam an, erzähl was Interessantes. Nicht gleich in den Rennsport reinwerfen und... Ich fand das so ein merkwürdiger Start irgendwie. Vor allem, du siehst ja auch nie, was Alltägliches von den Leuten. Du siehst die ja immer nur bei allen Sachen, die irgendwas mit dem Rennsport zu tun haben. Rennsport oder Show-Event? Rennsport, Show-Event, Rennsport, Show-Event. Ja, du siehst die nie im Alltag. Das sind ja für mich auch keine Menschen. Das sind für mich einfach Figuren, die da drin irgendwie verhaftet sind. Und eine Dreidimensionalität hast du nie. Wie Jan, hätte ich denn mal gesehen, dass so eine Milchschnitte von Kid Pardieu einfach mal ins Auto steigt und nach Hause fährt, in seine Wohnung, damit ich mal sehe, wie lebt der eigentlich? Wo ist denn eigentlich, wo ruft ihn denn mal jemand an? Wo schläft der denn überhaupt mal? Aber du siehst ihn ja immer nur... Ich hab ja schon gedacht, der hat ja keine Privatklamotten an, weil die immer nur diese scheiß Anzüge anhaben. Ja. Also, ich mein, wenn du das machen willst, das kannst du ja. Aber wenn du den Anspruch hast, die nur in dieser Welt zu präsentieren, dann muss das so eine Art Kammerspiel sein, wo du auch damit spielst, dass es die Leute psychologisch kaputt war. Dann kannst du da nicht so einen Humpty-Bummpty-Commerz-Triple-A-Null-Anspruch-Film draus machen, weil dann funktioniert es ja halt nicht. Weil dann frage ich mich, warum machst du das? Wir lernen ja schnell, es geht um zwei grosse Männer. Bo Brandenburg, der von jungen Herausforderer Jimmy Bly gestresst wird. Der junge Typ, der da den grossen Favoriten herausfordert, hat auch ein paar Rennen verloren gegen ihn. Und du siehst auch gleich quasi die Eröffnungssequenz fast schon, wo man richtig losgeht im Film. Der Bo Brandenburg, der gleich mal mit seiner Freundin Schluss macht, weil sie eine Ablenkung ist. Und du bist mittendrin im tiefsten RTL-Soap-Opera-Event. Das ist Beverly Hills 90-210 macht ein Baby mit Melrose Place und Stallone hat es gefilmt. Ich fand sogar, der Film ist so geil prädestiniert dafür, mir zu zeigen, ich habe ja auch mit Drehbuchschreiben und so weiter zu tun und musste das auch im Pipapo. Und der Film ist eine 10 von 10 Beispiel dafür, wie ich Dialoge nicht machen würde. Ist ein einfach persönliches Gusto. Ob es jetzt irgendwelchen Leuten gefällt, ich bin es da ja nicht mal wertend, aber wenn ich da zwei erwachsene Personen habe und der eine sagt, ich bin hier ein Rennfahrer und hier und das ist mein Leben und bla. Und sie muss ihm sagen, das ist nicht dein Leben. Und dann sage ich, ah, okay, die sind gerade emotional. Okay, lasse ich noch gerade so durch ihn, dass man mit Phrasen um sich wirft, weil man sonst länger nachdenken müsste, um was ordentliches zu sagen. Aber wenn sie denn zweimal nachdenkt, ihn fragen muss, was bin ich für dich? Was bin ich für dich? Dann hätte ich gesagt, der muss doch selber wissen, du bist eine erwachsene Frau, halt die Fresse. Dann wüsste ich sofort, warum ich mit der Schluss mache. Und das sind sowieso, also du hast, da kommen wir ja gleich mal zu deiner Schönheit des Films. Ich will sie dir jetzt ja nicht madig machen, ich sage es deswegen auch nur einmal. Für mich war sie einfach nur ein Hupf. Dolen, Blondchen, Barbie, Püppchen. Sie hat eine Szene, in der sie sich präsentieren kann und die finde ich ansprechend. Den Rest lassen wir weg, ganz ehrlich. Oh, welche meinst du? Ja, die im Pool. Oh Gott, echt? Ja, das, Tom, das ist ja nicht so, ich schätze da nicht ihre spielerischen Leistungen, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber so auch ganz ehrlich. Ich meine, ich muss auch sagen, auch schon bei der Abendgarderobe, wo sie da, wo es später den Streit gibt, da haben sie sie irgendwie in so ein rosa Kleid gedrückt, wo ich denke, die Frau hat ja, die hat ja frauliche Kurve, aber muss man die in so ein Miss Piggy Dress drücken? Ja. Also, ja, da habe ich gefragt, naja. Wir lernen, wir lernen, dass der Bert Reynolds da mitmacht. Der spielt nämlich Jimmy Blythe, Teammanager, Besitzer des Rennstalls, keine Ahnung, was er genau ist. Ja, schön, Bert Reynolds zu sehen. Gefällt mir. Boah, der hat, äh... Oder nicht? Mir ist Bert Reynolds meistens ziemlich egal. Das gibt so ein, zwei Filme, wo ich sage, da gefällt mir sein letzter tatsächlich, hier, My Last Movie, oder wie er hieß. Da fand ich ihn toll und natürlich Kindheitsfilm, ausgekochtet Schlitzohr. Und das gibt ein paar Rollen hier, hier mit dem Stuntman, wo mir immer der Name nicht einfällt, hier von Hale Nehem, Regie hier führt. Wo er ein Stuntman spielt, quasi die, die Lobhudelei als Film an, an die Arbeit des Stuntmans. Kopf oder Zahl heißt der, glaube ich, oder Kopf über Zahl, Kopf über irgendwas. Ähm, Hals über Kopf vielleicht auch, möglicherweise. Ähm, aber ansonsten habe ich auch wenig mit ihm gesehen, weil in meiner kindlichen Naivität damals war für mich, und jetzt kommt es ganz doof, aber damit, damit man verstehen kann, wie ich an diesen Schauspieler ran, wie ich mich selber indoktriniert habe, dass mir der Schauspieler egal war. Bis ich mich später mal mit ihm ein bisschen auseinandersetzen musste. Für mich war er immer die Light-Kinder-Version von Charles Bronson. Ja, ja, ich verstehe. Ich wusste immer, Charles Bronson macht die harten, geilen Dinger, und ja, bei Burt Reynolds soll ich lachen. Er macht es ein bisschen witziger. Genau, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Okay, verstehe. Er ist trotzdem da. In einer sehr ambivalenten Figur. Er ist ein Wichser. Er ist ein Arschloch. Ich finde, er ist ein Wichser. Da soll er mir nicht, nur weil man am Ende dann sagt, hier, ich wusste, dass du drauf hast und ihm nochmal die Hand gibt. Das macht nichts Wett, dass er am Ende vorher Sprüche abgelassen, wo ich gesagt habe, da fick dich, du sitzt im Rollstuhl, wenn du deinem Mitleid irgendwie zu einem Arsch mutierst, weil du selber nicht mehr fahren kannst. Fick dich da einfach. Leg dir Mario Kart mäßig eine Banane vor deinen Rollstuhl, ey. Aber seine Figur fängt ja gar nicht schlecht an. Das ist ja eigentlich der Teammanager, er holt Sly zurück, hört ja, alles fängt gut an und dann kommt der Turn, er wird zum ultimativen Arschloch und hier ist der Hund begraben bei dem Typen, der es geschrieben hat. Der hat, der hat Burt Reynolds hier keinen Gefallen gemacht in dieser Figur. Entweder du bist von Anfang an ein hassenswertes Ding oder, aber was Reynolds macht, er enttäuscht die Leute mit seiner Figur im Film. Er enttäuscht das Publikum im Film. Hätten Sie, wäre ich von zu Beginn weg mit einem Arschloch konfrontiert gewesen, hätte ich super gefunden, aber doch nicht so. Er hat mich enttäuscht, persönlich enttäuscht. Ich glaube, das liegt ganz klar daran, dass das ja niedergeschrieben ist, dass das erst, die erste Drehbuchfassung 220 Seiten lang war. Das heißt, der Film ging dann auch roundabout 220 Minuten und dass der zuerst runtergecuttet wurde auf kurz vor drei Stunden irgendwie, es gibt knapp eine Stunde rausgeschnittene Szenen beim Bonus-Material verschiedenster Datenträger und der geht halt jetzt zwei Stunden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viel, viel drinne war, was das nochmal ausgeglichen hätte, was das verständlicher gemacht hat, dass der charakterlich sich vielleicht entwickelt oder zurückentwickelt, dahin entwickelt und jetzt hast du aber das in dem Zwei-Stunden-Film und irgendwie musst du so einen großen Namen wie Burt Reynolds aber drin lassen und ihm Szenen geben und deswegen hast du da halt so einen hin- und hergerissenen Charakter, wo du dir aber selber denkst, ja gut, die haben jetzt die Szenen drin gelassen, wo du emotionaler reagierst, weil er ein Arsch ist, hast aber trotzdem die Szenen hier und da drin gelassen, damit du dich am besten herzlich am Ende ein bisschen besser fühlst, wo er ein Guder ist, wo du dir denkst, ja aber nee, das funktioniert hier nicht. Vielleicht kommt ja mal noch ein klärender Director's Cut. Ja, von Driven. Driven Director's Cut Drei-Stunden-Fassung oder einfach nur Extended-Fassung, wo sie wirklich ernsthaft rausschnitt eine Szenen-Rind-Bomb. Oh Gott. Wie bei Detox. Gibt es ja auch von Detox, ja. Da kommt, glaube ich, auch bald auf Mediabook nochmals raus, Detox. Sehr bald. Jetzt, vielleicht, habe ich schon verpasst. Wirklich? Ja, da kommt in Mediabook, glaube ich. dass der in UK gibt es den schon länger auf Blu-ray in dieser Fassung. Okay. Und ich habe mich immer gewundert, warum hier keiner auf den Zug aufspringen. Ich meine, wenn die hier Driven als Mediabook rausbringen, ganz ehrlich, dann ist nicht mehr weit um mal von Detox was ordentlich draus zu machen. Ich dachte, ich habe den angekündigt gesehen vor einigen Monaten schon. Der müsste irgendwann mal da sein jetzt. Okay. Dachte ich. Wir, also der gute, der Bo Brandenburg, der hat sich jetzt von seiner Alpen getrennt und es gibt bereits das nächste Rennen und da Brandenburg schlägt zurück, schlägt Blei, der Pirouetten drehend aus dem Rennen ausscheidet. Können wir mal über diese Rennszenen sprechen? Wie findest du die denn? Drucklos, langweilig, völlig antiklimatisch zu einem realistischen Rennen. Du siehst immer diese Draufsichten, die ich mir eigentlich auch in Deutschland da ich wünsche habe, Helikopter draufsichten und du siehst immer, wie die alle fahren und denkst dir, okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es wirkte auf mich schon so, als wären das irgendwelche Szenen, die sie irgendwo geklaut haben von echten Rennen oder sowas und dann siehst du immer die Ansichten aus dem Cockpit oder die zeigen halt nähere Aufnahmen und es wirkt einfach so glatt polierte CGI-Kacke und ich weiß, dass ich das damals ja nicht so schlimm finde, aber wir haben mittlerweile eben sowas wie erwähnte Filme wie den geilen Rush oder den geilen Le Mans 24 und da sieht man halt, wie man das beide machen kann. Bei Rush hast du auch CGI mit drin und bei Le Mans hast du größtenteils echte Aufnahmen, echte Autos, die rumfliegen und beide, das sieht geil aus. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil die weitaus später entstanden sind und da eine Regie, die auch generell besser ist, ich glaube, Ron Howard und James Mangold in dem Sinn, in dem Fall und die sind beide, nun mal stehen die auf dem Treppchen ein bisschen höher und Randy Harlin darf vielleicht mit der, nicht mal mit der Bronze Medaille daneben winken, sondern kriegt wahrscheinlich einen Trostpreis, hier kriegst du eine Matchbox. Das ist, ja, und das sieht man hier eben. Ich attestiere einem Randy Harlin, dass er probiert, da kreativ, künstlerisch tätig zu werden. Das siehst du in manchen Aufnahmen, wie er probiert, mit der Kamera ranzugehen, aus dem Cockpit zu filmen, mit der Kamera rumzuwirbeln, aber das wirkt alles wie, komm, ja, es ist ein CGI-Baukasten, wir gucken mal, was jede Taste kann und nichts davon ist wirklich ausstaffiert oder mit einer richtigen Agile gemacht, das ist alles so, so lustlos, so richtig, das wirkt eigentlich noch wie so ein 90er-Jahre-Produkt, wo man mit CGI eher noch rumprobieren musste, bevor man wusste, wie es funktioniert. Ja, und das war nicht dieses gute CGI, sondern eher dieses, uh, das wirkt jetzt irgendwie, als wäre es ein Videospiel, also als ob du einen 14-Zoll-Monitor wäre es ja ganz okay bei einem Spiel, aber nicht mehr für einen Multimillionen-Dollar-Kinofilm. Ja, und das ist auch im Schnitt, beim Schnitt siehst du immer, wenn es, ja, also das ist, die Effekte sind kacke, die wurden auch schon damals als kacke erachtet, das ist nicht so, dass der schlechte Alter, das ist, alle haben damals schon gesagt, oh, die CGI-Effekte, wenn da die Autos rumfliegen, wenn da das eine Rad, wenn du das Rad durch die Luft verfolgst, was in die Zuschauer rein geht, da denkst du dir, Alter, und das Problem ist auch, dass diese CGI-Szenen immer so abgekappt von den Szenen danach oder davor sind, die sind immer so dazwischen und dann gibt es davor und danach aber richtige Shots, die aber vom Blickwinkel gar nicht irgendwie dran angrenzen oder sowas, die sind einfach so hard cut und auf einmal siehst du irgendwo anders. Genau, wir kommen darauf zu sprechen, wir werden da gegen Ende des Fünfes darauf zu sprechen kommen, oh ja, und zwar massiv, und zwar massiv. It's time to call Joe Tento, habe ich da mal geschrieben, denn der gute Bird, der weiss, oh, ich brauche Hilfe, mein junger Jimmy Bly, der ist noch nicht so erfahren, der braucht jetzt den alten Hasen, also holt das Sly Stallone zurück. Ich nenne es jetzt mal, so habe ich mich gefühlt, ein bisschen Robert Duvall, der in den Tagen des Donners auf seiner Ranch gesessen ist und gewartet hat. Das war ein bisschen so ähnlich, das Sly auf seiner Ranch irgendwie, habe ich mich sehr wohl gefühlt, das zu sehen, Sly kommt zurück. Ist auch tatsächlich so doof, das klingt, diese kurze Szene, wo er in der Scheune steht, das ist die Lieblingsszene aus dem Film von mir. Ja, es gibt ja nicht viel besseres. Ja, eben, da fühle ich mich irgendwie heimisch, ob er da nur als Rambo in seiner alten Scheune steht oder irgendwie als Rocky trainiert, so, ich finde Sly Stallone in einer sonnendurchfluteten, so beige angehauchteten Hochglanz-Scheune, die auch aussieht, als hätten sie die bei Ikea gleich so gekauft und gleich stehen lassen, da fühle ich mich irgendwie heimisch. Das können sie mir ja nicht versauen. Ach, sie versauen es dir, indem du gleich den Bruder von Jimmy kennenlernst, der Mill. Ach, die haben es mir schon mit Jimmy versaut. Ja, das ist, ja, Jimmy Bly. Machen wir das Fass jetzt auf, machen wir das Fass auf. Wir müssen über Jimmy Bly sprechen, er scheint ja irgendwie, er ist der Rock. Der Hauptdarsteller jetzt, der, den man sich identifizieren soll. Sollte, nicht, was man es tut, aber man sollte, er ist der Rocky des Films, der junge Rookie-Fahrer, der neu dabei ist, der seine Unsicherheit mit sich rumschleppt und von Sly jetzt gecoacht werden soll, wie man zum Gewinner wird, wie man ein richtiger Mann wird oder sonst irgendwas in dieser Art. Mit Herz am rechten Fleck behängt. Er ist unter Einfluss eines bösen Bruders, der sein Manager ist und der, türenisch, nur das Beste für ihn will, aber, naja, Kip Hardew kennt ihr alle nicht. Vielleicht doch, der hat in einem richtig tollen Film gespielt, den ich wirklich mag, Remember the Titans. Tom, kennst du? Tom schaut fraglos in die Gegend. Ich habe den, glaube ich, gesehen. Weißt du, was es ist? glaube ich, gesehen. Ist das mit Denzel Washington, der, der Football-Film? Ja. Ah, zu lange her, den habe ich auch immer mit dem verwechselt, hier mit Mark Wahlberg, den Football-Film. Ja, an der anderen. Und gleichzeitig auch verwechselt mit dem Baseball-Film mit Keanu Reeves. War alles so, ähm, eine Mischpoke und ich weiß nicht mehr, das kann ich so wirklich nicht sagen. Nee, 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 von dem Marketing, vom Artwork, wie die Filme alle so aussahen. Ich habe die, ich bin ja ein, äh, Coach Carter. Coach Carter, genau. Coach Carter geht noch damit und Spiel auf Zeit, äh, Spiel auf Zeit, keine Ahnung, all die, Disney hat so eine, was Disney, oder? Nee, Touchstone Pictures, keine Ahnung, wie die noch ist. Naja, jetzt ist es ja Disney, ne? Disney hat das Zeit jedenfalls auf dem Disney Plus, findest du es, Remember the Titans ist ein toller Film über, äh, ein 70er-Jahre-Football-Team und zum ersten Mal schwarz und weiß zusammen gespielt haben. Das kann ja nicht sein, das gibt's aber heute nicht mehr, oder? Ist ja schlimm. Oh, ich hab dich fast gekriegt, ich hab's an deinem Gesicht gesehen, ich hab dich fast erwischt. Was erzählt ihr hier für eine Scheiße? Das war grad voll die Nazi-Kammer, die er rausgehorn hat. Ein richtig toller Film und Kip Bardew hat eine kleine Rolle, er ist da der Tai-Chi-Schwingende Schönling, der da, haha, irgendwas... Der ist ein Schönling. Ja, er soll's darstellen zumindest, alle Mädchen schmachten ihn an dem Film. Ryan Gosling macht da übrigens... dann bin ich im nächsten Rambo-Film Rambo. Ja, das wird auch etwa gleich so passen wie hier. Jedenfalls, dem Kip Bardew drückt man hier die Rolle, der Hauptrolle auf und das tut dem Film nicht wirklich gut und seiner Karriere auch nicht. Also ich kenne diesen Typ bewusst aus keinem Film. Ich hab auch nachgeschaut und war verwundert, in wie vielen Filmen der mitgespielt hat. Nie mehr gesehen. Nie mehr gesehen, weil, ich sag's ja immer wieder, das ist so eine Milchschnitte, auf der man aus Versehen ausrutscht. Also der hat, der macht mich aggressiv, dadurch, dass der seine Fresse in die Kamera hält. Manche Menschen sehr, 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 sehr selten haben diese Angewohnheit bei mir und dit ist so ein Typ, auch nur unterstützt durch seinen Charakter, den er im Film hat. Der ist ja, die, also, wer mich ja kennt, der weiß, es gibt einen Charakterzug, den ich halt hasse wie die Pest und dit ist sich selbst bemitleiden und durch innere Unsicherheit nicht wissen, was man machen soll. Und wenn jemand keine Eier hat, gerade auch noch in einer Situation, wo man eigentlich schon längst welche haben sollte, wenn man in diesem Feld arbeitet, dann krieg ich einen sogenannten Rappel. Und den bekam ich bei Kid Perdue in dem Moment, wo er die Fresse in die Kamera, der kann doch mit keiner Szene was anfangen. Mit keiner, der ist so lächerlich in jeder Szene. Oh, ey, da gibt's so ein, zwei Szenen, da hab ich gedacht, ey, da muss ich weggucken. Das war so ein RTL 2 Cringe-Moment. Ey, ey, das geht nicht. Allein wenn er rauskommt und er soll irgendwie mit seinem Bruder reden und du denkst, und sein Bruder ist ja schon nicht der beste Schauspieler, der ist auch so eher, das ist so, der kann aus der Dope-Opera-Darsteller. Es ist einfach so. Ja, ja, und nicht mal ein guter. Nein. Und der, wo aber der Bruder, der ja dann eklig ist hinter, er ist so ein typischer Kapitalist, der sieht nur seinen Vorteil, nur das Geld aus seinem Bruder pressen und Pipapo und hört nicht drauf, was sein Bruder eigentlich für emotionale Sorgen hat und, ah, leck mir mal den Arsch. Und es kommen dann so Sprüche wie, ich hab das Gefühl, dass irgendwie zehn Leute ständig an mir rumzählen und sein Bruder sagt, wenn es hundert sind. Ey, ganz ehrlich, hätte eine Antwort von mir sein können. Also vielleicht nicht in der Situation, aber generell, wenn ich sage, ey, du willst in einem Stall voller hoher Tiere, willst du hier an die Spitze kommen, hast du gedacht, das ist hier Kindergarten. Und das wissen die Leute auch vorher. Ganz ehrlich, wenn du einfach nur Formel 1 und Rennen fahren willst, dann mach es in deiner Freizeit. Aber wenn du hier im großen Stall bei den absoluten Profis mitspielst, dann heul nicht rum, dass Leute an dir rumzählen und du deinen eigenen Charakter nicht entfalten kannst, ja, dann geh auf die Kunsthochschule, du Nappel. Weißt du, was ich ihm gesagt hätte? Ich wäre der Mille gewesen, ich hätte ihm gesagt, weißt du was, Bo Brandenburg heult auch nicht rum. Hast du ihm gesagt? Ja. So einfach ist es. Der macht einfach mit seiner Freundin Schluss, weil die ihn ablenkt. Ja, aber heult nicht rum, der macht, was er machen muss, ganz einfach, der Mann hat Schneid, der geht über Leichen, wenn er muss. Dieser Michael Schumacher verschnitt und er war ein Michael Schumacher verschnitt, sind wir uns einig, oder? Das ist ganz klar. Und deswegen passt ein Schweiger, ein Schweiger, hey, ich fand Schweiger in dem Film, okay. Ja, gehe ich mit. Also, ja, ja, er war nicht der weak point, er war nicht der schwache point. Nein, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Er hat die Probleme, die er in jedem Film hat, das heißt, dass er diese Nuscheln und diese manchmal nicht verstehen und manche, manche Szenen einfach schauspielerisch nicht hinbekommen, das hat er einfach, aber dafür hat er einfach so ein paar Klischees, weswegen man ihn auch mag, wo er einfach funktioniert. Das ist angepisst gucken, das ist Leute arrogant fortbeintreten, mental gesprochen, und das ist, wenn es körperlich sein muss, dann nimmt man ihm ab, dass er Leuten auf die Fresse haut. So, und das hat er. Und er ist absolut nicht der weak point. Der weak point ist hier, ja, genau, er ist ein harter Hund, deswegen funktioniert auch alle Szenen, wo er sich irgendwie entschuldigen soll oder nicht weiß, ob er das richtig ist, weil das ist so unglaubwürdig, weil man denkt, nee, das ist so einer, der bräuchte so eine, von Stallone, irgendwelche Phrasen bräuchte er nicht, damit er weiß, was er zu tun hat. Das ist völlig blöd, aber er wird sie noch bekommen, diese Phrasen. Ja, aber selbstverständlich. Was uns eigentlich zum Hauptkritikpunkt, der mir jetzt das erste Mal, glaube ich, so richtig aufgefallen ist, der wird so verkauft als Stallone-Film, wie kommst du darauf? Wie kommst du auf diese Idee? Weil es draufsteht? Möglicherweise, aber ich habe von so weit immer keine Ahnung, aber er steht auch auf dem Cover ganz groß und seine Augen sind doch auf dem Cover und ist doch, er ist doch einfach Stallone und er hat den doch irgendwie gemacht, also es ist, Dominik, erzähl mir doch mal, ist es denn gar nicht so? Das ist doch kein Stallone-Film, das ist ein Kid-Part-You-Film. Denn das Lie ist, wenn ich Stallone in so einer Rocky-Rolle sehen will, wo er der Underdog ist und sich gegen das Leben behaupten muss, dann will ich das sehen, nicht wie eine Figur an der Seite von Stallone sich behaupten muss. Außer bei, okay, außer bei den Creed-Filmen, denn Michael B. Jordan macht das verdammt gut, aber. Die bauen aber auch was auf. Ja, das existiert schon, die Welt ist schon da. Hier hast du den Slide, diesen charismatischen Helden unserer Kindheit, der auf einen unfassbar schlechten Darsteller namens Kip Perdue trifft, der uns jetzt, der Typ ist keine Identifikationsfigur, Perdue ist ein Unzipat vor dem Herrn, er sieht aus wie ein IT-Nerd, ich nehme dem niemals ab, dass der Auto fahren kann, der kann auch gar nicht Auto fahren, keine Ahnung, das ist ein Radfahrer, der permanent bei Rot über die Straße fährt, das ist uns allen klar. Das ist allen klar. Also ich hätte schon fast gesagt, er wird selbst nachts bei Rot an der Ampel stehen bleiben, weil er viel zu viel Angst hat, dass er Ärger kriegen könnte. Ja, die Polizei könnte kommen. So wirkte der auf mich. Ja, das ist so ein ekliger Schmierlappen, wo du dir denkst, der hat halt null Schneid, null Eier. Ja. Und das regt mich so auf über den ganzen Film und deswegen, also ich kann ja meine Meinung zu Estella Warren haben oder zu der Figur von ihr, niemals nicht hätte die sich auch nur ansatzweise für diesen Lauch entschieden. Also so ein richtiger Charakterlauch. So, weißt du, du kannst ja, das gibt ja Leute, die ja, ich meine, ich bin ja selber so von kleiner Statur und so und ich hase das so sehr, aber das gibt ja Figuren, da fällt mir immer bloß mal Backspiel von Tradespotting ein, der auch nur so ein kleiner Hempfling ist, weißt du, aber der halt in die Fresse poliert. Aber der, man muss ja nicht eklig zu Leuten sein, aber man muss Charakterstärke beweisen und das hat der in keiner Sekunde, weißt du, welche Szene mich am meisten aufregt, wo ich, ey, da kriege ich, ich wollte heute was in den Fernseh schmeißen. Ich hab, Alter, die Szene, die einfach random, ohne Sinn, wo Kipp, Milchschnitte, Padue und Slice Stallone im Flieger sitzen mit der, mit dem Love Interest von Stallone und dann er was mit den Löffeln erklärt und Kipp, du, du immer mit deinen Löffeln und dann lacht er und du denkst dir einfach nur, boah, hätt ich, hätt ich da gesessen, der hätte von mir so eine Gerechtigkeitsklatsche bekommen. Alter, Alter, Vater, das ist so ein richtiger, so egal, was für ein Spruch irgendwelche Leute ihm gegenüber machen, einfach so, ha, 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 bist du witzig, einfach um, um sich bei jedem, vor jedem auf die Knie zu gehen und den Mund richtig weit aufzumachen. Alter, Vater, ey. Sly, Sly Stallone kommt zurück, Joe Tantel kommt zurück in den Rennsport und da kommt diese geile Montage, er läuft überall durch, ey Joe, ist wieder da, Joe, hey, how is your wife, hey, 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 er tut so, als wäre es so Unterhaltungsscham, der einfach mal überall, alle mögen ihn, sogar die Konkurrenten mögen ihn, dann taucht er beim Bob Brandenberg auf, macht gleich mal einen peinlichen Spruch, oh, wie geht's denn da, Sophia, wo er auch wieder so dämlich ist, ne, jeder normale Mensch hätte innerhalb von einem halben Satz mitbekommen, okay, du hältst jetzt hier mal schön die Fresse, oh, da liegt es nur los, oh, oh, ja, hey, und einfach beide, ey, du merkst richtig, wie Sly da immer diesen Trottelrocki so ein bisschen raushängen lassen will, der ja irgendwie doch sympathisch ist und der nicht mitkriegt, dass er ans Fettnäpfchen tritt und du denkst einfach so, du bist hier aber nicht in einem fucking Rocky und dein Charakter von Joe Tanto, ist einfach nur gerade ein peinlicher Idiot. Ja, und es wird ja nicht, aber es kommt ja in eine richtig geile Szene, richtig, wie cool ist Sly Stallone, der Typ, der schafft es mit Münzen, ja, er wirft Münzen auf die Rennstrecke und schafft es die mit seinem Auto, mit seinem Renngerät, die in die Reifen zu brennen, weil er drüber fährt. Mit einem leichten Slide hat er die in den Reifen oder einem Drift. Ich weiß nicht, wie man das richtet. Wir sind ja beide Auto-Experten, wie man mitkriegt. Total. Ohne, und das ist ja der Punkt, ohne auch nur eine Millisekunde an Zeit einzubüßen. Genau. Und er summt. Er summt. Aber da ist keine, das habe ich ja probiert rauszufinden, es ist keine Melodie, die irgendwie Erkennungswert hat. Es ist jetzt nicht die amerikanische Das wäre geil gewesen. Ohne Scheiß. In jedem anderen Film wäre ein großes No-Go gewesen. Er hätte sich das erlauben dürfen. Er hätte gesagt, ist mega cheesy und irgendwie falsch, aber wäre es okay. Das wäre das Highlight des Films. Er hätte die Rocky-Melodie gesummt, das wäre großartig gewesen. Aber dann kam auch dieser eine Shot. Du siehst, die eine Münze, die liegt auf der Straße und die fängt an zu zittern. Das ist so, was für cheesy, scheiße schlecht. Das kannst du auch im Jahr 2001 kommst du das nicht. Im 2001. Das ist nicht so, dass sie auch irgendwie, genau, die filmen doch auch, wo er diese hochflippt. Ja. Da siehst du ja auch diese CGI-Münze, wie sie hochflippt in die Kamera, als hätten sie den in 3D drehen wollen oder so. In dem Jahr kam Herr der Ringe ins Kino. Also du kannst mir nicht sagen, es gab kein besseres CGI. Na, da bin ich immer vorsichtig. Jede Produktion hat seine Zeit, sein Budget und Pipapo. Aber man kann ja auch die einfach rausnehmen und anders drehen. Stopp. Dann drehst du einfach nicht so einen Scheiß. Du lässt ihn die Münzen schnippen, du gehst mit der Kamera kurz drauf, er fährt irgendwie drüber und dann gehst du mit der Kamera wieder dran und du denkst, oh, er hat es geschafft, geiler Typ. Und dann hätte es auch nicht so komisch so plastisch gewirkt. Die ganzen Szenen sind immer so plastisch. Du glaubst dem Film nie, dass er echt sein könnte. Du glaubst es niemals. Die sind halt nicht plastisch. Also plastisch im Sinne von Plastik-Look, ja. Ja, Plastik-Look, das meine ich. Es ist alles, es ist nicht echt. Ich habe keine Suspension of Disbelief. Absolut. Das ist meine ich gar nicht. 0,0. Wir lernen dann das, Leid, er lernt noch diese Reporterin, die Lucrezia kennen und er geht da gleich mal ranbagern. Der Tom, oh, das ist doch die Mutter von dem Typen aus Superbad. Das habe ich nicht als erstes gedacht. Das ist, ich fand es nur schön, dass mir die Dame aus Superbad, die Dame, die ihre Mutter Gasongas in die Fensterscheibe von, äh, ah, wie hieß er, wie hieß er denn? Ähm, ähm, Michael Serra? Michael Serra, Michael Serra. Äh, hängt und die sagen, oh, ich liebe die Titten deiner Mutter. Jonah Hill sagt es. Jonah Hill sagt es, genau. Und, ähm, die ist mir natürlich in der Technik geblieben, weil nicht nur wegen ihren Gasongas, sondern ich, äh, die hat bestimmte Gesichter, die bleiben bei mir hängen, weil ich die einfach so yummy-Hallo finde. Und dann kommt sie und ich habe die nicht beide in Verbindung gebracht. Dann lese ich, ah, hattet es die? Ist ja witzig, weil ich die ja bei Superbad genauso sexy fand, Jahre später. Und, ähm, ja, und hier hat sie was zu sagen. Sie ist ein Grundliebermensch, äh, zurückhaltend, hat kurze Haare, so ein bisschen Sekretärinnen-Style. Mhm. Äh, und damit, äh, kriegt man mich einfach. Aber weißt du was, Tom? Ja. Diese Figur ist scheißunwichtig. Absolut. Absolut. Die ist nicht null, auch Sly ist eigentlich nicht wichtig. Und sie ist das unwichtige Anhängsel einer eigentlich unwichtigen Person. Und die ist auch nur deswegen da, weil du jemanden für die Figur von Sylvester Stallone baust, damit er überhaupt seine Gedanken mitteilt. Sie ist Robin. Weil du, ja, genau, sie ist Robin. Boah, sie in dem Robin-Kostüm. Da bin ich dabei. und, ähm, ja, und du merkst einfach, zum Glück haben die beiden eine Chemie, die okay ist. Also, ich gebe dir total recht, dass sie total, mega unwichtig sind. Wobei auch die deutsche Synchro haut da auch wieder ein paar Haken, wo ich mir denke, mein Gott, Leute. Aber, ähm, ja, total unwichtig, weil sie sind, die ist ja sogar so unwichtig, diese Liaison, dass ein Handgriff in ihren, in ihr Gesicht oder in ihren Nacken am Ende das Einzige ist, woran wir erkennen, okay, da könnte sich jetzt was entwickeln, weil sie sich dem Ganzen so ein bisschen hingibt, ein bisschen körperlich, wenn da entsteht kein Kuss, kein Nichts und, äh, daran merkst du, ähm, ja, vielleicht, äh, hättest du die Vier-Stunden-Fassung gerissen. Mhm. Die zwei Stunden tut's nicht, da fehlt doch, wie er so einigt, scheinbar. Da fehlt massiv viel, ja, aber. Da merkst du auch, dass er halt kein Hauptcharakter ist, das ist ein Film aus, äh, es sind drei Personenstück, aus Stallone, Perdue und Schweiger. Ja. Und Stallone ist, glaube ich, müsste, würde ich fast sagen, dass er die wenigste Screentime bekommt? Ja, vielleicht Schweiger, bin ich ganz sicher, aber Schweiger hat einfach die begnammten Szenen. Schweiger hat die besseren Szenen. Ja, also von allen dreien wollte ich Schweiger immer am ehesten sehen. Ja, äh, und, äh, Schweigers Figur ist die, die, die ist am markantesten, die hat Ecken und Kanten, richtige, fast glaubhafte Ecken und Kanten, aber Perdue. Und da kommen wir gleich drauf, jetzt kommen wir bis mal zu Kip Perdue, denn jetzt haben wir gleich ein, äh, dieser Galaabend. Oh nein, oh nein. Wir haben mehrere dieser Galaabend. Das ist der, auch dieser Cringe-Moment. Und der Chili schmeißt sich an die Sophia ran, frisch getrennt von Bo Brandenberg. Ich frage jetzt mal, was macht die eigentlich da, wenn du getrennt bist von deinem Typen, was machst du denn an dieser Veranstaltung, du gehörst da gar nicht mehr hin. Ist egal, sie ist da, hat mein Auge sehr erfreut. Äh, und, was ich gesehen habe, der Pardue, der hat da, in dieser Szene, und ich, ich kann, ich will, ich meine das nicht böse, niemals, ich kann nicht jemandem mit einem Schweißproblem äh, dissen. Ach so. Der hat geschwitzt in dieser Szene, wie ein Schwein. Der Typ, der ist, der glitzert in diesen Szenen, wie ein Speckschwart. Hast du das nicht gesehen? Haben die den nicht entsprechend geschminkt? Der hat geglitzert, wie ein Vampir in Twilight. Also ich muss ja sagen, ich kenne ja dieses Problem auch, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich musste Oma in der Szene, ähm, ich brauche ja auch, bei mir ist es immer so, wenn ich normal luftig gekleidet bin, schwitze ich nicht so sehr, aber sofern es stickig ist und ich muss mich dick einpacken oder so, geht das bei mir auch schnell los. Aber, diese scheiß Lampen, also bei so einem Dreh, innen, ist es halt wirklich, es ist schweineheiß. Es ist wirklich schweineheiß. Du machst alle zwei Minuten, machst du Pause, die Klamotten werden hier wechselt, deswegen haben die ja immer, wahrscheinlich hatten die in der Szene, hatten sie mit Sicherheit an die 20 Anzüge für jeden. So, damit du ganz schnell wieder wechseln kannst, hier, andere Sakko kommen, zieh wieder rüber, Schweißfleck war da, alle klar, los, weiter jetzt. Aber eigentlich sollte das so sein, gerade in mir Sicht, dann wirst du abgetupft und weiter geht und du nutzt diese Szene eigentlich nicht. Also, okay, muss ich mal drauf achten. Schaut es euch nochmals an, Keep Produce Szenen an diesen Galaabenden, es kommen mehrere im ganzen Film verteilt und der Typ schwitzt vor sich hin und ich, nochmals, ich will, ich werfe das niemandem vor, aber ich werfe der Produktion vor, dass die da einfach widerlich gearbeitet haben. Das macht für mich keinen Sinn. Vielleicht wollen sie mal bei so etwas aussteigen. krankern, das würde ja schon fast zu seiner Rolle passen, ne? Ja, ist ein schweißiger, kleiner Typ. Naja, dass er auch, er ist einfach kackennervös in jeder Situation da, er weiß gar nicht, was er da soll und so. Hättest du das vielleicht thematisiert, hey, ich habe so Angst, ich will die andere ansprechen, aber ich traue mich nicht, hey, ich bin richtig nervös und dann kommt der Schwitzt im Deck, macht Sinn, aber das wurde ja nicht mal angesprochen. Du kannst dir denken, der ist nervös vom ganzen Leben, wenn er kacken geht, ist er nervös, nehme ich an. Auf jeden Fall, ist der nervös, wenn er sagt, ich mir auch keiner, was er machen soll. Auf dem Klo ziehen hoch zehn Leute an. Jedenfalls, wir gehen weiter. Darf ich, nein, ich muss die Szene da noch, der Streit. Der Streit, war das schon da, war das schon da mit, ja? Gibt es zwei Gala? Ja, es gibt noch einen und einer endet dann später mit, ach so, dann meine ich den zweiten. Wir kommen noch drauf. Wir kommen jetzt auf ein Thema, das dir sehr gut, gefällt, denn der gute Joe Tento hat ja auch eine Ex-Frau, die Kathy. Und die Kathy wird gespielt von Gina Gershon und der Tom Burgas, der wird ganz, ganz rattig jetzt, denn Gina Gershon, ich finde, der gute Mann sehr scharf. Oh, das ist, oh, würde ich so nicht, ja, Mann, das ist eine mega hübsche Frau. Die ist allerdings bei mir, oh, das ist so sexistisch, wenn wir so darüber reden, aber ganz ehrlich, ey, so reden wir auch in der Freizeit, so reden auch die Mädels in ihrer Freizeit rufgeschissen. Ich finde die wunderbar. Die hat auch einfach ein mega Standing in Hollywood, weil die mittlerweile, die hat schon so einen Respektcharakter, weil die schon mit allen gedreht hat. Und ich rede, weil die schon mit allen richtig viel gedreht hat. Die hat mit allen gedreht. Und ich meine jetzt nicht Showgirls, den Film habe ich 20 Minuten gesehen, ist nicht meins. Dead Revenge. Körper des Feindes, fucking Nicolas Cage. Und wir haben ja, also sie ist halt immer so ein bisschen gut für Rollen, wo sie ein bisschen die Schlampe raushängen lassen können, mit dem Herz aber am rechtigen Fleck, weil die sich auch nicht zu fein ist, körperlich sich zu zeigen und zu machen und zu tun. Sie wäre nicht so mein Typ Frau. Ich finde sie schon sehr hübsch, aber sie ist nicht in meiner Top-Liste. Und was hatten wir vorhin gesagt? Sie wirkt in ihren Rollen wohlgemerkt. Immer so wie die B-schlampige Variante von der Allerheiligen Marissa Tomei. So haben wir sie eingeordnet. Okay. Lieber dein Wortlaut. Lieber du hast gesagt, du sagst es hier auf mir. Was war dein Wortlaut? Lieber doch nicht. Wo du es schafft hast, mich mal mit einem schockoffenen Mund zu hinterlassen. Ich habe nur zwei Worte benutzt. Abgehangenes Gammelfleisch. Ey, das ist mir zu böse. So etwas kann ich nicht sagen. Da fängt mein Respekt an, selbst wenn ich einfach allen Leuten gegenüber... Okay, ich korrigiere auf drei Worte. Gut, abgehangenes Gammelfleisch. Oh mein Gott. Sorry. Sie hat etwas extrem Schlampiges an sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie kann sich etwas gut rüberbringen. Sie kann nichts für ihr Gesicht, jeder sieht aus, wie er aussieht. Aber sie hat halt diese Ausstrahlung in diesem Film ganz speziell, dass einfach die alte Schlampe, die beim Formel 1-Zirkus mit dabei ist. Das ist einfach so. Tut mir leid, ich kann es nicht schöner sagen. Diese ist ja keine wunderbar ehrbare Figur in diesem Film. Nein, nein. Aber die geht ja um Tina Gerschen und nicht um die Figur, von der du gerade redest. Ja. Jedenfalls, das ist die Ex-Frau vom Sly, also vom Joe Tanto und später fahren wir. Sie ist jetzt die Frau von Momo, Memo. Memo ist der andere Fahrer. Ey, Momo, Baluba, Memo, Hebu. Ey, ist mir doch scheißegal. Ey, der Charakter auch so ein... Also so ein Quatsch. Also ich, wobei ich cool finde, wie sie sich begrüßen mit ihren hier Fäusten in die Hand und mit dem Finger aufeinander zeigen. Sehr, sehr cooler Move. Den mag ich. Und ich finde es sehr cool in der Szene, wo er mit Sly quatscht. Und du siehst einfach mal, okay, Sly hat es zugelassen, dass der andere ihm gegenüber körperlich krasser aussieht als Sly selbst. Ja, ja. Und die aber trotzdem, trotzdem, das sind Ex-Mann und Mann von Ex-Frau, ja? Ja. Und die kommen gut miteinander aus. Das finde ich noch ganz nett. Das ist einfach mal... Naja, sie mit ihm nicht so, aber er mit ihm. Nö, aber er mit ihm und er mit ihm. Weil er eine sehr schöne Aussage trifft, die sich sehr mit meinem Lebensstil gleicht. Er sagt ja hier, naja, schön, dass du hier keine Probleme mit hast. Und da sagt er ja, naja, ich will einfach das Leben genießen. So. Und nicht auf so einer, ich will alle Drogen nehmen, Zeug so, sondern ich will einfach, dass es mir gesund geht, dass es allen gut geht. Ich will keinen Streit. Ich will einfach das Leben genießen. In der Sekunde habe ich gedacht, oh, ein schöner Charakter, der ja nichts zu suchen hat, nichts zu machen hat. Aber in dem Moment habe ich gedacht, oh, das ist so ich. Ja. Weil ich habe ja auch nicht Stress mit Ex-Freundinnen groß oder sonst irgendwas. Oder wenn da neue sind, ist mir das auch immer so, ja, es muss halt Leben. Lass uns alle nett zueinander sein. Nett zueinander sein, das ist das richtige, richtige Stichwort. Denn wir sind wieder im sportlichen Bereich angelangt. Das ist wie man rennt. Und der Brandenburg, der ist on fire, stresst Jimmy im Rennen, ohne Ende gewinnt das Rennen. Und Jimmy lässt auch seinen Wagen dann mit Vollgas in die Mauer krachen. Ist mental völlig im Arsch. Und es kommt ein weiterer Galaabend. Die Präsentation der neuen Autos in, es war glaube ich, Chicago. Jetzt, Tom, jetzt kommt's. Soll ich mal ganz ehrlich auch sagen, immer wenn Rennen gefahren wurden, hab ich immer Second Screen auf mein Handy geguckt. Ja klar, ich hab da Notizen gemacht. Weil die Inszenierung war kacke und mich hat es null interessiert, wer da jetzt gerade gewinnt hat. Scheißegal, es war scheißegal, richtig. Du wusstest auch genau, wie es rauskommen wird. Du wusstest zu Beginn, wie der Film eigentlich enden wird. Oder? War klar. Ja, ja, natürlich. Wenn du dir Rocky anschaust, Rocky 1. Ich hab ja gedacht, dass er deswegen mit Rocky verglichen hat. Ich hätte gedacht, er lässt Bo gewinnen, um dann zu sagen, ja, du bist ein König, aber musstet erst mal werden und lernen, aber ach komm. Diese Tiefe erreicht dieser Film leider nie. Erreicht andere Tiefen, nämlich Rating-Tiefen. Nein, wir haben die Präsentationsgala in Chicago, die neuen Rennautos werden präsentiert und wir haben den Gastauftritt, das Kameo von der Spinatfrau, von die Frau mit dem Blub. Uns Feldbursch. Uns Feldbursch-Pot. Die Verona. Darf ein Wort sagen oder zwei? Ich weiß gar nicht mehr. Darf sie mehr sagen? Ganz kurz den Auftritt hat sie, oder? Ja, zwei Sekunden. Wurde aber auch. Ja, ja, sie hat in einer Szene war sie schon ohne Sätze, da hörte sie, glaube ich, wurde sie von der Kamera irgendwie geblabbert, hat irgendwer gesagt und jetzt durfte sie ein Wort, zwei Wörter sagen. Schön, oder? Warst du stolz als Deutscher, dass die Verona da ist? Hat sich gefreut? Alter. Ich habe nicht gegen die Frau, ne? Ja, auch nicht. Ich glaube, die ist hochintelligent, bin ich zufrieden. Da kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, die ist normalintelligent. Ich glaube, die hat früher, vielleicht bist du noch ein paar Jährchen jünger als ich, vielleicht kann ich mich da noch besser dran erinnern, die hat Ende 90er, hat die halt... Bist du? Ich bin bald 40, mein Freund. Du bist Mitte 30. Ich bin 53. Ja, Quatsch. Jedenfalls, die hat damals Ende 90er diese Spinatherrung nachgehabt mit dem Blub und hat sich auch das Dummchen richtig verkauft. Aber die wusste genau, wie man sich darstellen muss und ich denke einfach, die hat es richtig drauf. Die Frau ist intelligent, die kann sich platzieren, konnte es zumindest damals. Ich glaube, die hat es drauf. Die ist da oben gut bestückt und ich zeige aufs Gehirn gerade. Oh Gott. Popa. Ich weiß bloß, ich kriege bloß, ernst ehrlich, seit zehn Jahren kriege ich das bloß immer mit, wenn ich irgendwelche Kontakte dann doch mal wieder habe von meinem damaligen Porno geschehen, wo ich dann mal in der Welt eintauchen durfte. Ich kriege bloß mit, man sagt Pot und jeder denkt an Mutterfantasien. Sie ist wohl, anscheinend in diesen ganzen Forn ist sie, was das angeht, ist das wohl ihr Aushängeschild. Ich weiß nicht, was das damit, ich weiß nicht mal, ob die ein Kind hat. Hat sie, ne? Ich kann auch. Irgendwas ist da am Wandeln und wenn das ihr Ruf ist, der mir als Erster entgegen schlägt, sage ich, ach, dann scheinen die so viel nicht mehr gemacht zu haben in den letzten Jahren. Aber ey, Entschuldigung, das hat ja so negative Lungen. Ey, ja nicht. Jeder, der erfolgreich wird und so lange im Medienbereich, der muss irgendwas haben, sonst ist man schnell abgeschrieben, von daher alle drich gemacht und ey, hat sich in einem Kinofilm geklopft. Liebe Grüße an Verona Pot an dieser Stelle. Auf jeden Fall, ich knuddel dich. Jimmy dreht mal wieder durch, der hat die Niederlage nicht verdauen können, der geht auf Bo los, die fighten etwas über Sophia, das wäre im richtigen Leben nie passiert. Niemals. Nee. Bei dieses kleinen Und das ist meine, meine zweite große Cringe-Szene. Es ist natürlich so geschrieben. Aber ich kurfe es auch einfach ab. Bo schubst ihn und macht ihn doof an. Hier wird sofort körperlich, ne? Ohne Scheiß. Til Schweiger ist zwar eine normal imposante Erscheinung, aber der ist kein der Berg aus Game of Thrones. Das heißt, wenn der Typ mich rumschubst, dann heule ich nicht einfach nur rum. Hör mich auf zu schubsen. Hör mich auf zu schubsen. Alter, hau ihm eine rein. Ey, in dem Sinne, ey, in der Szene ist er so das größte Weichei überhaupt. Und er, ohne Scheiß, ich nehme ihm das so sehr ab, dass ich leider sagen muss und das ist total falsch, total dumm, aber so ist es nun mal. Ich lege das auf Kipp per Dude rüber. Dass ich in dem Moment denke, oh Mann, alles in allem, das ist diese Rolle, so wie man manche Rollen von manchen Leuten nicht trennen kann, bis man mal was anderes von denen gesehen hat. Und genau so ging es mir in der Szene. Das war das peinlichste, was ich je gesehen habe. Da sind alle Leute, da sind Kameras, da ist sogar, ich habe es ein bisschen mein Mikro hochgemacht, weil ich sonst zu laut ausschlage auf der Tonspur. Und der, das war das peinlichste überhaupt. Und dann rennt er auch noch weg und rennt auch noch und dann fängt er diese Szene an und jetzt wird es richtig geil. Denn der Kipp per Dude, was macht er? Der schwingt seinen Arsch in einer der neuen Prototypen, die da rumstehen für die nächste Saison, nehme ich an. Ey, so geil. Und düst einfach nach draußen in die Nacht von Chicago, der Sly, der, ich gehe ihm hinterher. Man muss noch sagen, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen, Sly versucht bis zu dem Zeitpunkt vergebens eine Beziehung zu Jimmy aufzubauen, seinen Bruder weiss zu verhindern. Das muss man dem Film lassen. Man sieht, dass der neue Supportfahrer, Sly, versucht ihm zu helfen, aber kommt ja gar nicht an ihn ran. Das fand ich noch spannend. Fand ich noch spannend. Aber dann düsten die beiden zwei, drei Minuten durch die Nacht von Chicago und du denkst einfach, what the fuck sind die eigentlich? In fucking Rennwagen, in Formel 1-liken Rennwagen. Die würden kein bisschen, die würden nicht weit kommen. Die sind darauf ausgelegt, dass knallhart glatte Strecken zu fahren, da würden ein, zwei Huckel kommen und du würdest mit den Dingern einfach wegpfeifen. Du würdest in der Stadt mit den... Aber ist okay. Ist okay. Ja, ist ein Actionfilm. Wenn wir Nightrider glauben, dass der durch einen Truck springen kann, dann kann der Sly mit dem Formel 1-Wagen über Chicago fahren. Ist okay. Lass ich ihm. Ja. Aber es ist so lächerlich. Es ist einfach so... Und nach dem Dialog, als er dann Jimmy stellen kann. Das hat sowas von... Wenn du denkst, denke zurück an den Dialog in Rocky Balboa, wo Rocky seinen Sohn stellt. Oh, immer noch einer der besten Szenen, da musst du ja fast schon weinen. Hier... Ja, muss ich. Ich auch, wenn ich... Welcher Mann nicht. Da weinen die Männer. Hier weint nur der Zuschauer. Denn du siehst, Slyther versucht, irgendwelche Sprüche an den Jimmy zu bringen, aber ich weiß schon gar nicht, was er gesagt hat. Es war so 0 auf 15 Quatsch. Weißt du noch irgendwas? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, naja, du machst doch diese ganzen Aktionen nur, damit sie dich feuern, weil du keinen Ausweg mehr findest. Ja, genau. What the fuck? So, das war das 1 hier. Danach ist mir auch nichts mehr eingefallen. Er wollte ihm ja auch noch das Geschenk geben und... Diesen kleinen Pokal. Genau, richtig. Ja, er hat diesen kleinen Pokal dabei gehabt, den ihr überreichen wollt, um ihn zu motivieren. Hey, ich glaube an dich. Um dich. Ich helfe dir und bla. Naja. Man, ja, vor allen Dingen die Sachen, man, die hauen mit diesen Autos ab. Genau, da stehen Formel-1-Autos rum, die du einfach so anmachen kannst und abhauen kannst. Ich habe jetzt sogar ein paar Schlagworte aufgeschrieben. Fahre, weil du es willst und weil du es gerne tust. Mit Willenskraft kann man alles erreichen. Gewinn ist Einstellungssache. Ach so. Na, dann bräuch ich ja gar nicht trainieren. Ja. Weil dann bräuch ich einfach nur fahren, weil meine Einstellung ist ja, ich will hier Wünninger-Porten. Ja, logisch. Mir macht das Spaß. Ja, das ist die gesetzte Heranziehung. Dass es ein Geschäft ist, das ist ja kein Geschäft, ne? Nee. Nein, nein, das ist nur Hobby, das ist nur ein bisschen Spaß haben. Ja. Und das Geile war schon die nächste Szene. Du siehst gleich, was du schon gesagt hast im Flugzeug, wie der Jimmy und Joe Tendris die besten Freunde sind. und das ist einfach so was von unglaubwürdiger Scheiße. Ja, es ist auch nicht gut gespielt. Du merkst auch, das ist ja auch so, du brauchst ja auch zwischen Schauspielern brauchst du ja eine Chemie, weil die müssen sich einfach die Bälle zuspielen und du merkst, wie Stallone sich am Perdue die Zähne ausbeißt. Weil er, Stallone macht das mit so einer Selbstsicherheit, diese Klischee-Rolle, die er schon tausendmal inne hatte, einfach rüberzubringen. Und Perdue, ich habe das Gefühl, dass der eine Figur, genau, dass der eine Figur spielen will, die aber so im Drehbuch nicht angedacht war von Stallone. Und das wirkt einfach alles so ambivalent wieder, so gegenpolig, wo ich mir denke, aller Leute, habt ihr euch mal irgendwie die Screener angeguckt? Das ist so ein klarer Fall von, die hätten 10 Minuten Rohmaterial sehen müssen und irgendwie bei Zurück in die Zukunft sehen müssen. Ey, wir können uns alle leiden, aber die Chemie ist einfach nicht da, das funktioniert so nicht. Das ist ganz große Scheiße. Unfassbar. Also, wir haben selten so Unchemie erlebt wie hier. Null. Das ist krass. Ja, deswegen, es ist hart, sich das anzutun eigentlich, aber ich hatte so viel Spaß dabei. Da war noch mehr Chemie zwischen Jasmin Wagner und Til Schweiger. Ja, absolut, absolut. Und wir gehen jetzt nämlich nach Deutschland. Wir fliegen der ganze Tross. Also, da ist ja 1-10-Wechsel nach dem Mann dann. Warum zuvor waren wir... Nervte mich auch. Ich finde es zwar cool, wenn es ein Film international ist und auch an Original-Schauplätzen gedreht wird. Bond, weißt du James Bond, kennst du, finde ich cool, aber hier, es sah ja alles gleich hochglanzscheißig aus. Hattest du das Gefühl? Ich wusste immer ja nicht. Wusste immer, wo wir sind. Für mich war es einfach, okay, Strecke, nicht mehr auf der Strecke. Genau. Ich wusste nämlich brutal... Aber auch, dass die jetzt woanders dauernd sind, ist mir erst jans, jans spät aufgefallen. Ich habe, ab hier habe ich versucht aufzuschreiben, wo wir sind, Deutschland. Und vorher war Chicago, Chicago. Zuvor, wenn wir noch in Tokio waren, glaube ich noch, ich bin gar nicht sicher. Jetzt sind wir in Deutschland. Ich denke, da wurde mal der Nürnberg hier irgendwie gefilmt, nehme ich an. Und wir sehen, dass Joe von seinem Boss von Karl aus dem Team genommen wird, was völlig Bullshit ist. Er nimmt den Mimo wieder rein. Das ist auch so Storytags. Ich habe gesehen, dass die ihm außerhalb der Rennstrecke besser helfen kann. What the fuck? Was soll der Scheiss? Aber für dich gab es eine gute Szene, denn die Gina Gershon kommt mit Cowboyhut um die Ecke. Tut sie das? Dieser Jeans-Cowboyhut hast du schon vergessen. Ja, dann schau dir den Film nochmals an, die Gina Gershon. Ich achte nicht so auf Gina Gershon. Ich habe Gina Gershon sehr, sehr gerne, aber ich gucke sie nicht aus dem sexuellen Standpunkt aus. Oh, da ist sie wieder. Du hast lieber an Bienen und an Blümchen gedacht. An meine kurzhaarige Reporterin habe ich da gedacht. Die Blümchen taucht auf und hat ihr Mini-Auftritt und ging sie zum Schweiger und hat da gesagt, ich kann hier jeden, wetten, ich kann hier jeden fahre küssen. Ja, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist doch aus reiner Publicity für Deutschland ist diese Szene entstanden. Und der amerikanische Zuschauer hat sich gedacht, was ist denn die, Was soll denn die Szene jetzt hier? Hätten die zumindest Jasmin Wagen im Hintergrund wie ein Boom, 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 Bumerang, das wäre geil gewesen. So wie Slipknot bei Rollerball. Richtig, das wäre richtig geil gewesen, oder? Eieieiei, aber weißt du, wenn ich jetzt hier reinbringen hätte müssen, I'm riding on my bicycle, I'm riding, das hätten sie rinnen. Warum hat man das nicht gemacht? Ich verstehe es nicht. Och Gott. Wir erleben dann sehr regnerisches Wetter und ja, es ist wieder Rennzeit. Wir haben ein Autorenn mit Regen. Und wir sehen die widerlichsten CGI-Regentropfen, die es jemals gegeben hat. Eieiei, das war wirklich schlimm. Wo ich am Anfang noch gedacht habe, cool, weil sie führen ja ein, wo die Autos auf die Rennstrecke gebracht werden, wo noch eine echte Regenmaschine ist. Wo ich noch gedacht habe, oh, jetzt wird es mal dunkel, jetzt wird es mal regnisch. Oh, da weiß ich noch, da hätte ich mal hingeguckt, da hätte ich gedacht, oh, das ist ja mal so ein endlich mal ein dunklerer Look hier, den wir hier hinbringen. Ich erinnere zurück an einen Footballfilm Any Given Someday von Oliver Stone. Einer meiner liebsten Sportfilme überhaupt. Und da gibt es das eine Footballspiel, das auch in tiefstem Regensumpf stattfindet. Und du als Zuschauer fühlst dich nass und dreckig und verschwitzt und zwitterlich. Du bist so drin, das ist so geil. Hier regnet es und du denkst einfach, es ist nicht echt. Es ist fake, es ist nicht echt. Ab dem Moment, wo sie losfahren, auf jeden Fall. Und dann kommt ja auch ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Irgendwie der Memo, der hört nicht auf seinen Schäden. Du hast nur eine Szene vergessen. Oh, was habe ich vergessen? Weil er da mit CGI so rumspielt, wo du aus der Sicht des Helmes siehst, wie der Regen entgegenkommt und du siehst halt wirklich die Playstation 2 Grafik. Das ist diesmal nicht über die richtige Spitze. Das habe ich eigentlich gemeint mit dem CGI-Regen. Das war es eigentlich. Das habe ich schon gemeint. Ach so, ich fand doch, Regen zwischendurch war ja CGI. Das ist auch scheiße. Und dann dieser Regen dieser Riesentropfen, meinst du? Oh, das ist so schnitt. Ja, oh Mann, ey, das ist wirklich, das würde heute Asylum machen. Heute ist das Asylum-Qualität. Schon hart, oder? Sly hat quasi vor Asylum einen Asylum-Film gemacht. Das ist schon geil. Du, die haben Driven gesehen, haben sie gedacht, na, das kriegen wir von dir. Genau, die haben Driven gesehen und gedacht, wir können ja ein ganzes Franchise und eine ganze Firma drumherum aufnehmen. Genau, genau, richtig. Jedenfalls, der Memo, der ist ja eigentlich da, um Jimmy zu supporten. Dieser Fahrer muss quasi die hinteren Fahrer ablocken, damit der Jimmy da in Ruhe sein Ding machen kann und Paul Brandenburg schlagen kann. So ein bisschen noch den Windschatten abgraben und so eine Geschichte. Genau, es macht null Sinn, dass Memo hier selbst sagt, ich kann das Rennen gewinnen. Macht absolut keinen Sinn. Das wird im richtigen Rennsport. Liebe Rennsportfreunde, ich bin keiner, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird kein Fahrer seinen Partner antun. Bitte, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Und, jedenfalls, es gibt den hässlichsten Unfall aller Zeiten und ich meine nicht, weil es so brutal war, sondern einfach, weil Memos Wagen schmiert irgendwie weg, springt hoch, und ich fliege dann einfach noch völlig in eine kuppel andere Richtung. Also der Crash, wo er an die Bande knallt, also er gerät ja mit seinem hinteren Rad, glaube ich, an den vorderen Rad von den anderen und schmiert deswegen ab, knallt gegen die Bande. Das finde ich noch ganz gut. Das war noch okay, aber dann, aber dann. Genau, er dreht, er knallt hoch, das ist noch ein echtes, das sah aus wie ein echtes Auto, was er da hochgeschossen hat mit einer Rampe und dann siehst du ja kurz, dann fängt es an, dann siehst du, wie er in Zeitlupe so fliegt. Ganz langsam. Siehst aber, wie unter ihm die Autos genauso schnell durchknallen, so als wenn dein Zeitgefüge ein bisschen irgendwie durch den Crash irgendwie kaputt sein soll. Okay. Irgendwie doof als Einzelbild vielleicht noch ganz okay einsehbar. Dann siehst du aus der subjektiven Perspektive, wie er halt nach unten auf die Rennstrecke und du siehst, wie die Autos dran vorbei. So als wenn er sehen soll, ach du Scheiße, wenn ich Pech habe oder Glück habe, entweder bla. Und genau in dem Moment knallt ein anderes Auto natürlich in sein herunterkommendes rein. Klar. Ja und dann gibt es einfach nur einen Gummiband-Effekt und er fliegt weg wie ein Flummi. Er fliegt 300 Meter weit weg. Der Schnitt ist ja auch so eklig. Du siehst, wie er wie ein Flummi wegfliegt. Halt total unrealistisch, schnell auch in der Drehung. Denn richtig, richtig harter Cut und du siehst, wie sie einfach irgendein richtiges Modell durch die Bäume irgendwo einfach hinwegfliegen. Und es ist anders beleuchtet. Es ist auf einmal echt und jetzt sieht alle so gut. Und dann denken sie, Alter, wollt ihr mich hier eigentlich gerade richtig verarschen? Aber das wird ja noch schlimmer. Denn der Wagen landet in einem Teich. Ja. Let it sink. Da ist ein Teich. Ja. Tiefstes Sumpfgebiet. Ja. Die Rennstrecke ist nirgends zu sehen. Kein, nix. Da war kein Mensch außer Jimmy. Und dann kam später noch der Bo dazu, der von seiner Freundin Informationen bekam. Die kann nicht locker kurz ans Mikrofon gehen, ja. Ex-Schatz oder Schatz, der Unfall Memo, komm. Sly. Der hat das gemacht, was ein richtiger Heinrich Backmann halt tut. Der schaut einfach zu. Wir sind hier Collateral Damage Teil 2, meine Freunde. Du hast einen alten Hauptdarsteller, alten Actionstar. Der Pussy Watcher. Der Pussy Watcher ist da. Der hat einfach nur zugeschaut. Ich meine, okay, er konnte gar nicht eingreifen. Das ist realistisch. Das macht absolut Sinn. Das ist auf der Tribüne. Aber ein Sly Stallone in einem Sly Stallone-Film gehört in die Action rein. Der hätte in besten Daylight Mode da ins Wasser müssen, um den Typen an einem Finger rausziehen und irgendwie noch fünf Hunde retten. Naja, oder sich halt wirklich, weil du eben sagst, wir sind in einem Sly Stallone-Film und in dem Film ist sowieso schon alles scheißegal, dass er, auch selbst wenn er später ankommen sollte, er in ein verkacktes Auto sich da unten sucht, Eyal Wat und einfach da rüber, quer über diese ganze scheiß Bahn, um seinen besten Freund da rauszuholen. Richtig. Richtig. Aber die haben dieses, diese, diese Story-Move haben die gemacht, um Jimmy und natürlich Bo näher zu bringen. Ja, ja, klar. Und das war irgendwie fast schon okay. Ich habe das noch nicht mal so schlimm gefunden. Nein, es war okay, weil die beiden, also weil ganz klar Schweiger in der Situation auch gut, also Schau spielt und diese körperliche drüber bringen kann. Du hast in dem Moment eine, die Figur hat es gut gemacht, die Figur hat es gut gemacht. Bo hat, da ist ein Unfall, Memo, bla 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 und der sofort, ich komme, oder? Der hat doch direkt gedreht, oder? Ich komme, ich gehe da hin, sofort. Ja, ja, genau. Also ich finde alles schon völlig okay. Du hast vorher die Einleitung gehabt, wie gefährlich Methanol ist, was die da gebunkert haben, dass das leicht entflammbar ist und so. Die Einführung, das war alles okay. Alles, was zu dieser Szene führen sollte, war okay. Du wusstest, dass die Figur von dem Memo genau die Figur ist, der später irgendwas passieren wird. Das weißt du ab Sekunde eins, wenn du den am Anfang siehst. Und das war alles völlig okay. Das Einzige, wie du auch schon gesagt hast, was nicht okay ist, das sieht halt aus, als wenn die das irgendwie in Braunshagen, Braunshagen im Bütteltour irgendwo an der Seite in so einem Matschgebiet gedreht haben. Und, ähm, nicht irgendwo am Rande von irgendeiner Rennstrecke. Das ist unglaubwürdig ohne Ende. Ohne Ende. Und das heißt, wenn wir jetzt weiter sagen, wir haben Rampo 3 besprochen, dann heißt das was. Ja, da hast du kein blaues Licht, ey, das kannst du verhessen. Was wir lernen, dass, hier wird Karl zum richtigen Arschloch, denn der sagt ganz klar, ich werde mit Jimmy nicht verlängern, ich brauche Fahrrad, die gewinnen wollen. Er wollte ja sein, quasi, er sagt quasi aus, er wollte seinen Freund retten, nicht gewinnen, den will ich nicht haben. Ja. Da hätte ich gesagt, ein Typ, der das macht, dann gebe ich einen Lebensvertrag. Aber hey, ich bin echt Karl, ich bin ja irgendein Idiot, das ist ein Podcast, das ist mein Problem. Ja, ja. Das, da ist Karl tief gegangen, da war fertig, da war fertig. Ja. Wir lernen dann auch, dass, äh, also Jimmy ist im Spital, äh, Memo überlebt und wir lernen dann, dass sein Bruder, der Mill, Jimis Bruder, der Mill, der will jetzt Bradenburg unter Vertrag nehmen. Was für ein, was für ein Scheißmove. Das ist ein Quatsch. Naja, man ja, ja, als wenn das so einfach geht. So, man der, als wenn der nicht schon, der, als wenn der nicht auch schon längst sein Typ, der da sitzen hätte, der sich um ihn kümmert. Wir sehen den einfach nicht. Nö, vielleicht macht er das auch selber. ist das ein richtiger. Er kommt sowieso mit Kim aus, aber der holt sich bestimmt gegen Schmierien, der freut ja den anderen da. Weil Bo Brandenburg, das ist ein richtiger Mann, der braucht keinen Manager, der macht das selbst. Und da hat er auch sein Baby wieder zurück, die Sophia, ist wieder bei ihm jetzt, oder? Ja, wahrscheinlich ist das schon gesetzliche Regel, dass du so einen Manager haben musst und du dich nicht selber vertreten darfst, soweit gibt es bestimmt. Den siehst du halt nicht, weil der unwichtig ist, weil da, alles funktioniert. Ganz einfach. Da muss kein Gequatsch hin und der hat kein Milchbrötchen, dem er irgendwas erklären muss. Also, ja, man ist halt so dumm, auch mit der Freundin, die der da Hopping macht, da hin und her. Und die können ja nicht mal, ganz ehrlich, wie oft gibt es Szenen im Film, wo eine Frau, weil sie sauer ist, dann irgendeinem Typen aufs Maul haut, weißt du? Und das eigentlich immer meistens ganz okay ist. Aber selbst das ist scheiße. Weil er sagt, der kommt hoch, mehr hast du nicht drauf, hat gar nicht wehgetan. Ich hatte mal so einen in der Schule, no real names, aber der war etwa genau, genau gleich wie der Milch, der war genau gleich. Und ich habe diese, meinen Mitschüler wiedererkannt in dem Milch und das fand ich großartig. ich weiß, also ich muss jetzt daran nennen, ich habe Power Rangers schon wieder geguckt, diese 2017 Reboot, weil ich das Leuten näher bringen will, weil ich wirklich finde, das ist ein mega geiler Film. Okay, ich habe ihn nie gesehen. also nicht mega, ein sehr guter Film ist, der komplett, die Leute gehen falsch ran und erwarten Trash und ist einfach ein sehr guter Film, der sehr viel mehr von Breakfast Club hat, als man denkt. Das ist eigentlich Breakfast Club, anderthalb Stunden und eine halbe Stunde Power Rangers. Okay, ich mag Breakfast Club übrigens sehr, sehr, sehr. Guckt ihr Power Rangers? Ich habe gestern mit meinem Kumpel, guckt der auch immer sehr, sehr, wie sagt man, hart ist in der Bewertung und der hat, und der liebt Superheldenfilmen, der hat auch gesagt, ey Power Rangers, Mann, nee, so ein Trash und so und komm, hier, nee, und der hat unter einer halben Stunde gesagt, ey, warum kenne ich diesen Film nicht? Ich so, ja, ich sag dir, der ist geil. Okay, vielleicht den holen, das ist schon überzeugt, so macht das der Tom immer mit mir. Ja, hol dir Power Rangers, ist ein guter Film, der geht schon dreimal, geguckt, ich finde ihn geil und da ist auch eine Szene, wo er einem Schulrüpel, mit der Handfläche eine watscht und nicht mit der Faust und der dann auch fragt, sag mal, hast du mir gerade eine, im Original sagt er, geslappt? Und er sagt doch, ja, ja, verrückt, oder? Und dann hat er, weiß er ja nicht, weil er mit dem, der weiß ja nicht, ob er ihn jetzt so anmacht, konnte ihm der Null einschätzen und hat den Effekt, den der andere sich gewünscht hat und ich hab auch, in meiner Grundschule hab ich einem auch mit der flachen Hand eine geslappt und da hatte ich genau dieselbe Situation, dass der ja nicht wusste, ob er mir jetzt richtig eine, weil der war immer körperlich überlegen, ganz komisch denn rausgeredet. da hat er einfach nicht gewusst, vielleicht drehst du jetzt gerade völlig durch und bringst ihn um. Haben nicht gewusst, was passiert? Nee, ich glaube, der wusste wirklich nicht, vielleicht hat er mich auch für schwul gehalten, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber er hat mich daran erinnert und wenn du so einen hattest, vielleicht kennen die sich ja auch wieder. Vielleicht ist es die gleiche Person, wer weiß, keine Ahnung. Ja, wie wir ja schon rausgefunden haben, wir kennen ja vielleicht auch dieselbe Person, die in Kanada wohnt. So witzig, so witzig. Jedenfalls, wir kommen zum Entscheidungsrennen, ja, jetzt geht es um alles. Der Jimmy will trotz kaputten Beinen wieder fahren, der Memo ist draußen, kann nicht mehr es verletzen. Diese Szene da, wo er sein, sein Tumster. Bein Belastungstest, oh, was für eine Scheiße. Oh Mann. Du musst zehnmal auf deinem kaputten Bein hüpfen, was für eine Scheiß Szene. Auch vom Schauspiel von Pardieu, ist so dumm, er soll da irgendwie so Unsicherheit und denkt man nachher auf zu schauspielen, hol einfach den anderen, stell da einen Kühlschrank hin, der kann mehr als Kühlschrank. Was nicht auch geil ist, das ist so typisch Hollywood, Bo Brandenburg startet aus der Pole Position und Jimmy, der konnte sich ja nicht qualifizieren irgendwie, weil wegen Rennabbruch, der startet aus, nee, warum startet eigentlich der, nee, warte mal, der Bo hat ja auch das Rennen abgebrochen, oder? Warum startet der aus der Pole? Vielleicht war der schon über der Ziellinie drüber. Ja, vielleicht, aber es macht eigentlich keinen Sinn, denn beide haben ja wohl das Rennen abgebrochen. Warte, macht den Driven keinen Sinn? Jetzt hören wir mal um. Echt jetzt? Krass, oder? Jedenfalls, Jimmy muss von ganz hinten starten, der Überhelden-Move einer Nightrider-Episode. Michael, Michael, we are 20, spot behind, keep gas, Turboboost-Kit, super person with modes, der hat noch gefehlt, aber der Jimmy, der, er und Joe, die kämpfen sich gemeinsam nach vorne, bis es heisst. Und guck, wie diese Beine zusammenarbeiten, das ist so krass, hat man noch nicht gesehen. Seit Murthor und Riggs haben wir kein besseres Duo übersehen. Nein, das ist ganz dick, das ist ganz dick. Das ist ganz dick, ja, genau. Wir sehen dann eben, du hast schon mal erwähnt, dieser eine Unfall mit diesem einen CGI-Reifen, der durch die Luft fliegt, die Kamera geht mit ins Publikum und macht gleich ein Kind platz. Was? Das stimmt. In meiner, in meiner, in meiner Fantasie ist da ein Kind gestorben. Ja, das hat mich so sehr erinnert an Final Destination. Weißt du, wie schlimm das ist? Da kommt einfach ein Reich, ich werde nie ein Formel 1-Rennen gehen, das ist auch gefährlich. Ja. Gehe ich nicht hin. Also ich gehe von Hause aus schon nicht hin, weil die langweiligste Scheiße der Welt ist. Aber, wenn da auch noch Reifen rumfliegen, ja, ich gebe Bock drauf. Stell dir mal vor, meine Person, du kennst mich auch immer, ich werde von einem Formel 1-Reifen, erschlagen. Das wäre richtig ein Übler. Wobei, das wäre sehr witzig. Jedenfalls, und was dann auch kommt, die Überscheiß-Szene, wir haben so viele Scheiß-Szene hier. Der Jimmy Bly fängt an zu summen. Ja, er macht den Joe Tantum, fängt auch an zu summen. Ja, das ist ja genau gleich, das ist ja summen, das ist genau das Gleiche. Er hat nicht mal was eignet, er klaut nur noch von einem guten. Das ist wie bei Over the Top, wenn Stallones einen Käppi umdreht, ja, dann startet er seine Maschine, sagt er auch bei Over the Top, oder? Ja, dann fängt die Maschine an zu arbeiten. Hätte er nicht pfeifen können und sagen können, du, Summen ist dein Ding, ich brauche meinen eigenen, irgendwie so Einspruch, weißt du? dann fangen wir an zu rappen, das würde noch weniger passen. Ich bin jetzt hier auf meiner Strecke, in meinem Auto. Und dann kommt ja, Tantum überholte dann Brandenburg in einem unfassbar geilen CGI-Sprung, das ist ein Nightrunner nicht dagegen, dein Formel-1-ähnliches Gefährt kann springen. Das ist was für eine Scheiße. Er hat genau, da ist halt quasi eine enge Kurve, wenn du so nach links und rechts, dann hast du ja diese Blocksteine, an der Reihe, wo du, wenn du rüberfährst, so, die Dinger. Und da in dieser einen Kurve nutzt er halt diese einen und springt einfach in einem Nadelöhr zum anderen und oh mein Gott, oh mein Gott, das war so, das war wieder so ein Moment, ich musste weggucken, ich musste, ich merkte immer, wenn ich da mit mir selber reden muss, ich bin immer ganz still beim Film gucken, dann merkte er, nein, nein, hör auf, ich kann nicht, ich muss selber mit mir reden, damit dieser Cringe-Moment weggeht, diese, so wie andere Leute beim Horrorfilm reden müssen. Ich konnte eben gar nicht groß loslachen, denn meine Freundin hat neben mir auf der Couch geschlafen und ich wollte sie nicht wegen diesem Scheiß wecken. Jedenfalls durch diesen Sprung. Ich habe die Reaktion von deiner Dame auch sehr schön fand, als sie kurz aufgewacht ist. Weißt du, Til Schweiger in einem Stallone-Film? Ja, verstehe ich nicht. Finde ich auch sehr schön, einfach verstehe ich nicht, wie der Umdreh meiner Schlafen. Das ist zu viel für sie. Jedenfalls durch diesen Sprung ist jetzt der Vordereifen von Sly blockiert, der reine Vordereifen, der hängt schräg, ja. Wo ich gedacht habe, dass das dazu führt, dass er sich wegen irgendetwas opfert oder stirbt oder sonst irgendetwas. Ich fahre jetzt den Bo Brandenburg und nehme ihn einfach mit, damit mein Scheiß-Kollege Jimmy Bly Meister wird. Das wäre irgendwie so, dass er den irgendwie so noch kurz beiseite schiebt oder irgendwie so. Oder vielleicht nicht mal einen von den beiden, sondern irgendwie ein Dritter, der noch ins Feld kommt, dass er das irgendwie nutzt. Und jedenfalls in einem völlig unspannenden Finish überholt Jimmy noch den Bo. Bly gewinnt, Bo wird Zweiter und Sly steuert den Pirouettenstil noch über die Linie. Und der Karl sagt dann zu Joseph, du hättest gewinnen können, oder? Und er sagt, ich habe gewonnen. Lass du nicht. Du warst nicht erst. Und dann es folgt eine Siegerzeremonie. Alle lachen und eigentlich fehlen nur die Ewoks. Ja. Ja. Ey, vor allem das soll ja irgendwie das größte Rennen sein irgendwie in dem Sport da. Die haben ja die dürfen ja nicht offiziell Formel 1 sagen. Das ist deswegen da irgendwie so eine komische. Und du siehst, die haben nicht mal für diese Zeremonie da am Ende genug Leute gehabt. Genug Statisten. Das sieht ja aus, als wäre das irgendwie die zweite oder dritte Liga da irgendwie an Rennen. Und das wirkt auch die Reaktionen natürlich, die stehen da oben. Dann wird nochmal der Estella Warren da irgendwie zu ihr lächelt, dauernd dreifach wiederholt. Der Typ, der sich mit seinem Bruder wieder anlächelt. Alles ist okay. Und du denkst dir nur, boah, ist das krasse Scheiße, ey. Ich habe auf der DVD und auch auf dem Mediabook, das ist ja wohl das gleiche auf den Discs drauf, nehme ich an, spricht Stallone über, worum es im Film eigentlich geht. Was ist seine Message? Und es geht hier um, für ihn um Second Chances, um zweite Chancen. Und es findet schlimm, dass viele Leute ins Grab gehen, die ihre erste Chance nicht nutzen oder auch nie eine zweite bekommen haben und dass man quasi seine zweite, wenn sie da ist, ergreifen soll. Das war für Sly die ursprüngliche Aussage des Films. Hat er das vielleicht mit dem Skript von Rocky Balboa verwechselt? Vielleicht hat er da was verwechselt. Obwohl Rocky, der hat ja nicht einfach eine zweite Chance bekommen. Rocky war immer da, der hat viele Titel gewonnen. Ja, doch, der hat eine gute Chance bekommen. Zu Beginn im allerersten Rocky. Ja. Das war die erste Chance, aber er hat danach den Titel verteidigt. Und die hat er bis zum Ende genutzt. Verloren, verteidigt. Er hat den Titel im zweiten gewonnen, im dritten mehrmals verteidigt, im vierten, ah, war es immer noch. Nee, er hat ihn doch verloren. Er hat den dritten verloren. Er hat sogar verloren. Er hat wieder gewonnen. Aber die zähle ich alle nicht, weil ich sage, da ist er ja in diesem Lebensstil drin gewesen. Ja, ja, ja. Okay, stimmt. Aber diese Chance, die einem das Leben gibt, die er halt nur im ersten Herbst. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Also von daher, er hätte ja auch sagen können, nee, für den Quatsch gibt er sich nicht her oder es ihm zu anstrengend, er will das nicht und so. Ja, aber ist diese Message für dich klar ersichtlich, zweite Chance? Warum geht es im Film? Warum geht es in diesem Film eigentlich? Dann nix hier mit zweite, er ist schon so Quatsch. In dem Film, äh, äh, also, ich finde, die, die emotionale Reise, äh, hebt sich an, eher an Kipp Perdue, dass man, äh, den, den Erfolgsdruck, egal in welcher Situation, äh, man muss erst mal zu sich selbst finden, bevor man, äh, mit sich im Reinen sein kann. Naja, und ein bisschen bei Til Schweigers Figur, bei Bo, aber das ist einfach nur Staffage. Wenn du eine emotionale heißt, er geht aber nicht um erste, zweite Chancen, er geht einfach darum, komm mit dir selber klar und mach, was du willst und überleg dir deinen Lebensstil, nicht die erste, zweite Chance. Setz dir erst mal fünf Minuten hin, trink einen Kaffee und wiss, was du, was du willst, aber er geht ja nicht, wenn du so ein Schmalspur-Ganove bist wie der Kipp Perdue, die kleine Fotze. Vielleicht geht es aber auch, vielleicht geht es auch gar nicht um Tento oder um Blei, oder um Brandenburg, vielleicht geht es um Sophia. Die hat ihre erste Chance genutzt, hat angefangen, mit dem, mit dem Champion rumzupimpern, als der nicht mehr Champion war, hat sie angefangen, mit dem Blei rumzupimpern und die hat alle ihre Chancen genutzt. Die nutzt ihre Chancen. Die hat aber, die hat wahrscheinlich bei Gina Gershon gelernt. Wobei ich sagen muss, ich glaube diesem Film auch nicht eine Sekunde, dass Gina Gershens Figur mit der von Sly Stallone irgendwann mal zusammen war. 0,0. 0,0. Niemals hätte sich das Leid aus angetan. Niemals. Hätten die gesagt, die hatten mal eine Affäre, zusammen. Und seitdem streiten die sich immer noch. Dann hätte ich das abgekauft. Weil die sind beide, sie haben ihren Sexappeal und da kann ich schon verstehen, dass der manchmal über allen charakterlichen Möglichkeiten irgendwie drüber steht und man sich einfach mal die Scheiße aus dem Hürden fickt. Kann ich verstehen. Dass das Probleme nach sich zieht, kann ich mehr als verstehen. Aber verheiratet sein, da muss eine Basis sein. Also, das geht nicht einfach so. Und die haben keine Basis. Da ist auch nichts im Hintergrund, was man erahnen kann. Das ist einfach nur großer Schwachsinn. Gut, Gershens Figur war auch völlig flach. Also, da kannst du ja auch gar nichts erahnen. Warum ist die auch eigentlich dabei? Es wäre nicht nötig gewesen. Du brauchst du auch nicht. Nein, es wäre nicht nötig. Es sind zu viele Leute hier involviert. Es geht um zu viele Menschen hier ganz einfach. Ist die dafür da, um zu zeigen, dass er eine charakterstarke Frau dann später an seiner Seite hat, die sich auch gegen die Gershender probiert zu behaupten, was sie, finde ich, nicht genug tut in dieser Szene, wo Gina Gershend, der Reporterin, da auf dem Klo krummkommt, wo ich sage, die hat nicht genug Konter eben. Ja, absolut, absolut. Ach. Aber, äh. Werden wir je Driven 2 zu sehen bekommen? Na, unbedingt. Ohne Scheiß. Eigentlich wäre das so eine perfekte, so eine B-Movie-Fortsetzung. Driven 2, Driven 3. Drive Me to Driven Hell. Driven to Kill. Driven in Space. Ja, ey, Driven to Kill, okay, der war besser. Ja. Ja, schön. Ach Gott, was? Ey, Driven to Kill ist tatsächlich der bessere Film. Das ist passiv der bessere Film. Und das müsst ihr erst mal rauskriegen, dass ich so was über einen Zigallfilm sage. Aber, aber, ganz ehrlich, ich hab beim Schauen von Driven einfach Spaß. Ey, ich war hin und her rissen. Mein Mitbewohner hat es gemerkt. Ich wurde richtig aggressiv und dann zwischendurch habe ich wieder gelacht. Aber auch nur, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Deswegen habe ich gelacht, weil ich wusste, welche Szenen rankommen und was los ist. Hätte ich den alleine geguckt, so für mich, um diesen Eskapismus, zwei Stunden jetzt, um dem Ganzen zu entfliehen, was man irgendwie im Kopf hat, um runterzukommen. hätte mich dieser Film noch mehr aufgeregt. Aber was soll ich sagen, wenn ich mit Mediabook für einen guten Preis sehe? Her damit. Ich habe bisher nur die DVD. Ja, ich habe es mir geholt. Ich habe Freude trat und es ist ein schönes Mediabook und ich hätte es nicht gebraucht. Ich habe DVD schon gehabt, aber ich mag es alone. Deswegen, ich muss es haben. Und man muss ja auch sagen, also die Ausstellung ist tatsächlich ja nicht mal so schlecht. Also du hast einen Audiokommentator von Renni Harlen, was immer cool ist. Du hast ein Making-of drauf. Du hast ein Team, was ich mir noch angucken will, ein Special drauf zu den Special-Effekts von den FX-Leuten. Das ist so unfassbar schlecht. Wenn jemand über diese Effekte spricht, wie toll sie sind und du siehst sie im Film, dann denkst du einfach, hey, das kann ich nicht, das geht nicht. Aber du hast ja noch das Beste. Du zockst ja auch viel, ne? Oder hier und da zockst du? Ja, manchmal, ja. Ja. Ja, und was gab es für Playstation 2, möchte ich sagen? Ein driven Videospiel. Das habe ich leider nicht gewusst zuvor. Ich habe es gestern gelesen. Ich bin gestorben vor Lachen. Ich habe es gespielt. Und, äh... Mach es denn gut. Alter, Vater, das ist so richtig... Ich liebe ja auch Müllspiele, ne? So richtig dreckiger Müll, lege ich mir lieber aus oder damals als das größte, heiß erwarteste Spiel. Und ich, äh, driven war... Das ist, ja, komm, braucht man nicht sagen, das ist einfach grobe Scheiße. Das ist einfach grobe, große Scheiße. Ja, ich... Aber spielst du da, weißt du noch, spielst du die Story nach? Aber es ist einfach irgendein Renngame. Es ist einfach ein random Rennspiel. Ja, es ist einfach ein Renngame. Die führen da manchmal so ein bisschen ein paar Stills. Du hast auch so... Ach, nicht mal die... Also, das sollst du die Sliced Alone, das haben sie so ein bisschen nachgezeichnet. Ey, ernst ehrlich, guckt euch da mal ein YouTube-Video an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist einfach nur... Ist hart. Harte Soße. Aber, ähm... Ja. Und dann jetzt aber, was, äh, wer sich für Sly Stallones Sachen so interessieren, da sind ja auch diese knapp eine Stunde rausgeschnittenen Szenen mit drauf, mit wahlweise Audiokommentar von Stallone. Also, wer ein bisschen was über Filme machen rausfinden soll, ist jetzt scheiße, dass man es anhand von diesem Film vielleicht rausfinden muss. Aber der... Sly Stallone ist ja auch Filmemacher und hat auch immer... Also, die Extras sind wahrscheinlich um Welten besser als der Film. Ja, und auch die Interviews mit Sly, die sind, die sind toll. Auch mit Rennie Harlin. Du glaubst denen wirklich, die haben jetzt einen richtig geilen Film gemacht. Das Resultat ist halt ein anderes. Ach, aber... Oh, Mann. Was wir heute gemacht haben, was wir heute gemacht haben, Tom, das ist mehr, als der Film eigentlich verdient. Ja, er hat ja immerhin ein Kino-Standing, ne? Also, der wird ja schon hier und da vielleicht mal... Das ist kein Film, der, glaube ich, so komplett untergeht. Dafür ist der Stallone-Name zu groß. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen, aber das ist so ein Film, der von seinen mit am wenigsten erwähnt wird. Auf jeden Fall. Das ist so halt wie hier Oscar, zum Beispiel. Auch ein Film, den keiner erwähnt. Einfach nur von seinem Standing. Einfach nur von seinem Standing. Ich sage nicht, ob der eine besser oder schlechter ist. Aber denkst du, aber so Filme... Denkst du, dass ein Detox mehr erwähnt wird? Ja. Echt? Also, abgesehen von unseren Kreisen. Aber reden von unseren Kreisen. Ja, allein dadurch, dass der... Ja, immer so kleine Sachen hat, die ihn erwähnen lassen. Also, jetzt selbst in unseren Kreisen würde Detox mehr erwähnt werden, weil da gibt es diese Schnittpolitik. Du hast einen Robert Patrick, du hast... Es ist ein Action-Horror-Thriller. Ja. Da wurde mehr probiert, du hast mehr Namen drin. Natürlich, natürlich. Aber auch normalen, in Anführungszeichen, normalen Menschen auf der Straße, der auch viel Kino guckt. Frag mal, was Detox ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, eben. Genau, aber ja. Also, sowas. Selbst sowas. Es gibt ja noch so Dreck jetzt, um mal bei Schwarzen oder so zu bleiben, sowas wie Sixth Day. was die Leute auch schon mal vielleicht auch irgendwo gesehen haben. Aber selbst so weit kommt so ein Driven nicht. Driven hat einfach auch keiner gesehen und will auch keiner. Den will man nicht sehen, außer wir für das hier. Meine, ich hatte mich ja gefragt, Deutschland ist ja dafür bekannt, Formel-1-Land zu sein. Hat man allein nur deswegen diese deutschen Kollaborationen gemacht, damit der in Deutschland noch mehr Punkte? Es wäre ja ein smarter Move. Du willst ja deine... Aber doch, ey, mit Jasmin Wagner und Verona Poth, Alter. Ja, was willst du jetzt hören von mir? Ja, klar, ich bin ja Schweizer, ich bin ja neutral, ich darf da gar nichts sagen. Aber ich hätte es ja auch gerne gesehen, hätten die in der Schweiz gedreht irgendwo, aber wir haben ja keine Rennstrecken, so viel ich weiß. Wir haben das ja nicht mehr. Ernst, ehrlich, hätte nur noch DJ Bobo gefehlt. Das wäre ja geil gewesen. DJ Bobo in einem Stallone-Film an der Seite von... Bo Brandenburg und DJ Bobo. Bobo Brandenburg. Aber diese Namen, ey, wer kommt denn da rum? Der gleiche Mensch, der auch Heinrich Backmann erwirft. Heinrich Backmann. Das ist einfach so, wir brauchen einen deutschen Namen, ja, Bo Brandenburg, das hört sich gut an. Jeder heißt ja auch Bo. Also ich hätte so viele Freunde alle heißen, ey, das ist mein Bo Bro, Alter. Ey, ganz ehrlich, das ist doch einfach nur gequillte Scheiße. Ich hätte ihn einfach Markus genannt. Ja, na klar, aber der noch nicht Brandenburg, Markus Brandenburg. Also, ja, nee. Nee, ich hätte irgendwas erfunden. Ich hätte Markus genommen und vielleicht noch so einen usbekischen Namen wie Byakov. Markus Byakov. Das hätte ich gemacht. Liebe Grüße an die beiden betroffenen Personen. Das hat sich doch schon wieder fassen. Aber es wäre doch toll gewesen. Oh Mann, ey. Ah, Bo Brandenburg. Es ist ja, sorry, aber das ist ja fast schon was, es tut mir leid, das zu sagen, aber das hört sich fast schon zu was Arisches, der Bo Brandenburg. Ja, Bo vielleicht nicht. Weißt du was? Ja. was erhabenes. Der hat ja auch so, die Kinder führen alle. Ja, deutsche Klischees, die hier verwurstet worden sind. Aber auch ganz ehrlich, dann kriegt man auch nur so eine Luftnummer wie Estella Warren ran, die nie wieder was gerissen hat. die war vorher, die ist durch Planete Affen, da hat man gedacht, wird das jetzt so eine, auch da schon war die Kotze. Und dann, was hat die dann nachgemacht? Irgend so ein schlechtes B-Remake von Schön und das Biest oder so. Was nicht mehr gekannt, was die gemacht hat. Wirklich, ich habe nichts mehr gekannt. Nein, die hat doch nichts. Ey, die ist bestimmt wahnsinnig nett, will ich ja nicht sagen. Aber die hat halt vor der Kamera, außer, dass die, dass viele denken, ihre Optik ist ansprechend, hat die halt nichts zu suchen. Gar nichts. In der Pool-Szene war sie nett. Nee. Nee, auch nicht. Was die Dame war, die war ja eine Schwimmmeisterin damals. Ja, ich glaube, lange auch. Lange, die war Juniorenmeisterin, was weiß ich was, die kann richtig schwimmen. Und deswegen haben sie ihr, die hat die Szene auch selber gemacht. Deswegen haben sie ihr diese Pool-Szene auch gegeben. Und deswegen, ja, schön. Nee, ist nicht mein, es spricht mich nicht an. Weder sie noch die Szene. Nee. Aber selbst, die Szene hätte auch meine Dame machen können, hätte mich nicht interessiert. Ist einfach so eine Art von Sexy-Sein, die mich überhaupt nicht anspricht. Es ist mir eigentlich, soll schwimmen, okay, soll halt schwimmen und, ja. Sprechen wir über Fakten. Was würdest du in diesem Film für eine Benotung geben? Denn ich finde das hier unfassbar schwierig. Nö. Findest du das einfach? Denn ich habe so viel Spaß, dieses Teil zu schauen. Und weißt du, wenn etwas dir so viel Freude bereitet, auch wenn du weißt, das ist eigentlich richtiger Quatsch, aber ich kann das nicht so hart bewerten, wie ein Police Academy 7, um nochmals darauf zurückzukommen. Oder ein Police Story. Oder ein Police Story. Aber bei Police, aber bei Police Story, liebe Grüße an das Nachtprogramm, da habe ich ja verstanden, ich bin das falsche Zielpublikum. und ich habe dem Film nicht mal eine richtig schlechte Bewertung geben können, weil ich habe verstanden, was es geht, aber es hat mich nicht angesprochen. Ich sage immer ganz klar, es gibt ja für mich immer nur eine Regel im Film und daran bewege ich ja auch mit meiner Wertung ran. Unterhaltung. Wenn der dich nun mal unterhält, dann liebt ihm eine 8 von 10, wenn du ihn richtig geil findest. Wenn du ihn abfeierst, wenn du ihn öfters reinmachst, einfach um diesen Grundspaß zu haben, dann kriegt der von dir eine Note. Weil dann hat er irgendwas geschafft, ob er es nun bewusst gemacht hat oder unbewusst, ist ja scheiße. Ja, er hat in einem Werk geschaffen, was du geil findest. Und wenn alle das so sehen würden, dann würden ja alle diese Note geben und alle dran Spaß haben. Ich meine, guck dir ein Dirty Dancing an, der ist handwerklich bestimmt nicht der geilste Film. Aber alle haben sie Spaß an, dann kriegt er Bestnoten. Also ganz ehrlich, ich habe mal wieder eine Wassermelone getragen. Ja, super Sport. Das war wirklich witzig. Ich finde den Noten drollig. Von daher, alles super. Bei mir kriegt der, weil ich gehe da nicht mit so einem Spaß ran. Ich hatte den Spaß, weil ich wusste, wir nehmen auf. Ich wüsste aber, wenn ich den jetzt das nächste Mal gucke, weiß ich, wir nehmen ja danach nicht mehr auf. Also ich rege mich bei diesem Film auf. Das ist, wie gesagt, RTL 2 Film. Und der kriegt von mir eine 3,5 bis 4 von 10. Ja, ich sehe es ja ähnlich wie du. Ich habe auch temporär, habe ich den Film jetzt für drei, vier Tage, habe ich dem fast eine 7 von 10 in meinem Kopf gegeben, weil ich so viel Spaß hatte damit. Ist doch okay. Aber in der Realität ist einfach, das ist ein schlechter Film. Der unterhält unfreiwillig. Der will was anderes sein, der macht das nicht absichtlich. Das ist kein Metafilm, der dich anspricht und dir was zugerichtet. Weißt du, weißt du, was ich meine? Das ist alles unfreiwillig. Der Film ist ein riesiger Unfall. Ein riesiger CGI-Unfall, wo du einfach, wenn du Filme konsumierst, so wie wir es machen, und du siehst das, du schämst dich so oft fremd. Du ertapst dich, wie du dabei lachst. Der Film löst Emotionen aus, was viele andere Filme nicht machen. Aber das ist ja okay. Also gerade dadurch, dass wir ja auch in der Materie jetzt tiefer sitzen. Das ist wie, ich hatte jetzt auf Arbeit ein längeres Gespräch mit einem Kollegen, da haben wir auch, ja, was hast du denn für Filme geguckt? Der ist einfach nur so ein Filmkorb, der kennt nicht viel, ist aber ein intelligenter Typ und hat sich jetzt dann halt so weit, hat sich Venom angeguckt, hat Uncharted, und er meinte, ja, fand ich voll super. Und ich sitze dann da und denke mir, ich kotze dir gleich ins Gesicht. Und dann muss man dem, und dann habe ich ihm aber auch erklärt, du, das liegt daran, dass ich einfach tausende Filme gucke, ich mit dem Handwerklichen, ich mit dem ganz anderen Anspruch an die Geschichte ranne. Und wenn du sagst, das war für dich okay und du kennst da nicht so viel und für dich war das noch ein Erlebnis, so was zu sehen, dann ist es so. Wenn du jetzt sagst, ey, ich gucke den und habe da den Spaß meines Lebens, ey, dann gibt dem doch eine 10 von 10. Ist okay, Dominik, wenn das einer deiner neuen Film ist. Kannst du aufhören, mir jetzt so zu tun, als wäre das mein Lieblingsfilm? Ja, das ist nicht wahr. Der Film hat unfassbare Schwächen, er ist peinlich. Hast du nicht das Media Book, das hast du doch dem Kip Perdue jetzt schicken lassen mit Herzchen zurück und so was? Autogramm. Von wem würdest du dir das Ding signieren lassen? Von Kip Perdue, Mann. Am ersten. Ja, von Sly logischerweise. Nee, ich von Kip Perdue. Ja, erst recht. Ich will dem Scheißebrocken will ich noch so ein Kotzflätchen draufsetzen. Das soll perfekte Kappe sein. Und dann fragst du ihn, ey, wenn du das Autogramm schreibst, kannst du so einen Penis aufzeichnen? So neben deinen Namen. Kannst du bitte da raufschwitzen. Ein paar Schweißtropfen bitte. Jedenfalls, nein, ich gebe ihm auch eine 4 von 10. So nett gemeint, wie ich kann. Aber, ihr da draußen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt und euch hat das gefallen, was der Tom und mich hier so bewegt hat, schaut euch mal Driven an. Bildet euch eure Meinung und dann schreibt ihr uns. Mir könnt ihr schreiben auf Actionkult auf Instagram, auf Facebook oder auch per E-Mail actionkult at gmail.com Tom Heinrich Backmann-Burgas. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Podcast, meine Freunde. Die Legende, die Podcast-Legende von Deutschland, muss man noch sagen. Und er castet Pod beim Bullet & Fist Podcast. Und ich bin ja, ich weiß nicht, dass 99% meiner Hörer euch alle kennen. Aber ich will es trotzdem erwähnt haben. Bullet & Fist. Alles Weitere in den Shownotes. Er ist aber auch beim Entertainment Talk tätig. Was machst du da genau? Also mittlerweile kümmere ich mich auch um die Patreon-Folgen. Da immer Original vs. Remake. Wo jetzt als nächstes Total Recall nochmal aufgenommen wird mit der lieben Anne. Und dann die Van Damme-Specials mittlerweile. Bin aber jetzt auch bei den Roundups wieder haben wir ihn aufgenommen. Also viel, das ist ja das große Flaggschiff, diese Sinner Entertainment Talk. Und ja, ansonsten bin ich noch am Schreiben bei der Art of Horror. Da würde ich eher gerne Werbung machen, weil wie gesagt, Print muss man ein bisschen mehr unterstützen. Das ist ein schwerer, heißer Markt und da haben wir uns sehr viel Mühe. Oder eher der Kevin und der Bogner, weil die machen das Ganze hinter den Kulissen mit dem Druck und so. überhaupt ekianisch zu tun. Ich schreibe da nur meine Berichte rein, gebe die weiter und dann werden die abgedruckt. Und da schreibe ich dann auch manchmal ein paar Reviews, dreht sich rein, wie der Name schon sagt, um Horror. Und das waren, sind die Leute, die früher die X-Rated gemacht haben, die ich von der Qualität her nur okay finde, bin ich ganz ehrlich. Und die Art of Horror jetzt finde ich, muss ich sagen, sehr viel geiler. Also die finde ich viel besser, ob das das Format ist, ob das die Seitenanzahl ist, ob das die Qualität des Papiers ist komplett hochglanz alles. Das ist ein AAA-Magazin. Viel mehr Interviews als früher drinne und das ist schon eine geile, runde Sache und vor allem preislich noch einen Preis, den man hinblättern kann. Wenn ich jetzt Konkurrenzmagazine sehe, muss ich sagen, da ist ein einziges bei, wo ich auch sage, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch super gut. Alle anderen übertreiben völlig, kommen dann mit Ausreden, wo ich sage, es ist einfach nur eine Ausrede, dass ihr mehr Geld auf einmal verlangt. Das ist völliger Quatsch. Deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile zwei meiner Magazine, die ich mir seit mehr als zehn Jahren regelmäßig kaufe, wenn ich ein Magazin verpasse, habe ich gesagt, nee, jetzt Schlussstrich, verpisst euch, übertreibt nicht mit eurem Preis, denkt nicht. Muss nicht sein. Was wir haben gelernt, der Tom Burgers schreibt für ein Hochglanzmagazin und wir haben gerade über einen Hochglanzfilm gesprochen. So schließt sich der Kreis. Ey, Driven, muss ich auch unterbringen. Könnte bei der Art of Horror auf jeden Fall mit unterbringen. Die schauspielischen Leistungen auf jeden Fall. Da würdest du ganz, ganz, ganz große Seite bekommen. Tom, eigentlich, es war mir ein riesen Vergnügen, bist du mal wieder hier vorbeigekommen. Ja, immer. Und ich bin überzeugt, wir werden wieder was finden. Vielleicht dann wir mal für Bullet and Fist, wenn der Markus fährt. Nächstes Mal bist du wieder bei uns. Den Wechsel haben wir ja schon gesagt, das wird immer so passieren, weil ich will dich dann auch immer da haben. Auf jeden Fall, ich suche einen Film raus, jetzt gleich als nächstes. Und den werden wir dann besprechen. Sehr schön, sehr schön. Und ja, dann würde ich mal sagen, hey, ich wünsche euch da draußen allen eine schöne Zeit. Gebt aufeinander Acht, genießt jeden Tag des Lebens, den ihr könnt. Schaut Driven, habt Spaß, hört Bullet and Fist und ja, das war's. Macht's gut. Grüßchen aufs Nüsschen.